So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Mal. Oh, Dankeschön. Es ist noch von gestern. Äh, ja. Geht's jetzt wieder oder darf ich anmoderieren? So, also hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Mal Puzzle and Chill. Es ist ja jetzt schon wieder ein Weilchen her, dass Jan da war und ich habe dieses Puzzle sehr, sehr spärlich und stiefmütterlich behandelt. Das ist schon, äh, doof. Das ist ein leichter, ich kann auch gerne ganz kurz nochmal den Stream neu starten, wenn euch das genehm wäre, weil dann löst sich dieses Problem vielleicht. Ich starte mal den Stream neu. Für euch mache ich das. Oh, oh, Johnny, great! So, ich bin immer noch so strubbelig wie davor, aber... Wir sollten jetzt... Ich habe den Stream neu gestartet. Nix hier, RIP. So, sind wir jetzt, sind wir jetzt wieder, sind wir jetzt wieder besser. Ich sage einfach mal jetzt... Gut. Keine Ahnung, das war halt... Ich glaube, das war halt einfach von diesem, von diesem Twitch-Look auf oder was auch immer da genau passiert ist. Ähm, so. Jetzt, weil es prüge ich es nochmal. Also, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Mal Puzzle & Chill Ström. Ja, wir haben ja beim letzten Mal, ähm, das, äh, Puzzle vom Ginkaku-Chi-Tempel angefangen. Jan ist jetzt leider schon wieder eine Weile weg und ich habe es seitdem sehr stiefmütterlich behandelt. Ein, zwei kleine Informationen für eure Gehörne, mit, mit Ö, Gehörne. Gut, dann ist ja, dann, dann haben wir alles richtig gemacht. Wuh! Also, kleine Informationen für eure Gehörne oder Geweihe, je nachdem, zu was ihr euch hinverbunden fühlt. Ähm, es gibt zwei Neuerungen. Das eine ist, ähm, es gibt jetzt eine Stream-Playlist. Das ist die, die gerade läuft, die scheinbar auch richtig aktualisiert wird. Ja, sieht gut aus. Ähm, da werden wir immer mal wieder neue Lieder draufschmeißen. Das heißt, wir werden so ab und an mal, so nebenbei, irgendwelche anderen Playlists laufen haben. Und wenn uns irgendwelche Songs gut gefallen, schmeißen wir die auf diese Playlist. Das ist Punkt eins. Punkt zwei. Unterm Stream findet ihr jetzt, ich wurde sehr, sehr oft drauf angesprochen, und, ähm, ich realisiere, oder ich habe das vorhin realisiert, Ich wurde jetzt oft drauf angesprochen, sag mal, Chris, slash Eileen, kannst du nicht, ähm, auch eventuell, aber dazu komme ich noch, kannst du nicht die ganzen Streams, die du gemacht hast hier, in irgendeiner Form bei YouTube hochladen? Ich würde mir die gerne nochmal angucken und so. Ich habe mich sehr drum bemüht, dass, äh, ich so nach und nach mal die Sachen zuschneide. Das sind auch die Sachen, die ich mit André früher gemacht habe. Das heißt auch Echo. Und, ähm, was sonst hier so noch lief. Ich weiß nicht, was sonst hier so, der Dead or Live Stream von neulich und, äh, den Mario Kart Live Stream. Ähm, das alles werde ich, ähm, zusammen friemeln und werde das auf einen YouTube Kanal packen. Und der ist unten in den Info Panels, ist jetzt verlinkt. Das heißt, wenn ihr daran Interesse habt, das wäre übrigens ganz cool, wenn wir da so ein paar, ähm, wenn wir da so ein paar Abonnenten zusammen kriegen, dass ich mir meinen Namen sichern kann bei YouTube, ähm, dann könnt ihr den da unten abonnieren. Da unten steht er drin, ja, da, da unten irgendwo. Da, irgendwo da unten in den Panels. Ähm, der ist ganz neu. Ich habe ihn vor nicht ganz einer halben Stunde kreiert. Ich werde den in den nächsten Tagen, Slash Wochen mit allem befüllen. Es ist natürlich noch eine große Arbeit, in den Puzzle-Streams die Musik zu ersetzen. Ähm, auch bei Echo so ein bisschen die Musik zu ersetzen, die nicht unbedingt, ähm, GEMA prestigeträchtig ist. Oh, es kann sein, dass ich ein wenig übersteuere. Ich kann das mal ein wenig versuchen. Vorsicht. So. Ich kann ja mal nachgucken eben. Sekunde. Ist immer irgendwas. Es ist immer irgendwas. Ist immer noch der Fall, dass ich übersteuere? Oh. Ups. Ja, gut. Es kann natürlich auch sein, weil das Headset halt auch ein bisschen verrutscht noch. Aber hey, ähm, ich bieg's mal einfach ein bisschen weg. Achtung. So. Ähm, wollte ich jetzt sagen. Genau. Also es ist halt noch natürlich ein bisschen Arbeit, jetzt die Musik bei den Puzzle-Streams zu ersetzen und bei Echo zu ersetzen. Das heißt, ich werde mich da in den nächsten Wochen so ein bisschen mit beschäftigen. auch, ähm, wurde ich tatsächlich mal auf meinen sehr, sehr alten Let's Play-Kanal angesprochen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er mir peinlich ist. Er gehört zu meiner Vergangenheit. Aber irgendwo ist er mir auch schon ein klein wenig peinlich. Gott, ich bin, weißt du, vorhin, vorhin, vorhin die Haare gescheit gemacht. Jetzt ist schon wieder alles furchtbar. Ähm, es ist interessant und ich freue mich natürlich darüber, dass, äh, man mich anfragt, ob ich nicht eventuell, ähm, wenn ich die Zeit finden sollte, Let's Play-mäßig, was mache. Ich meine, mich freut es, dass es Interesse daran gibt. Auf der anderen Seite ist das halt natürlich auch für mich ein bisschen zusätzlicher Aufwand, was aber gar nicht schlimm ist, denn, ähm, ich habe selbst schon so ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich nicht vielleicht mal wieder das ein oder andere für YouTube machen wollen würde. Und, ähm, jetzt haben wir ja für die Crew so ein paar Pläne. Und da würde es eigentlich auch ganz gut reinpassen, dass halt auch mal nicht unbedingt kompletter Live-Content am Start ist. Das heißt, ich würde das auch auf diesem, ähm, auf diesem besagten YouTube-Kanal, äh, da unten irgendwo, ja, unten im Info-Panel, ähm, wahrscheinlich auch hochladen. Da werde ich auch alle Streams in der Form in Playlists packen, bei denen ich von der Crew irgendwie dabei bin. Das heißt, ich gestalte den so ein bisschen aus dem YouTube-Kanal, ne? Also, alles, was ich da irgendwie mache, da kommen dann auch die Wander-Streams drauf, da kommen dann auch, äh, irgendwelche, irgendwelche Talk-Kram drauf. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mal, also, ich hatte mir halt auch überlegt, da halt auch Vlogs drauf zu schmeißen, weil ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit so viel zusammenkommt, dass wahrscheinlich nicht unbedingt, das ist eine schlechte Idee wäre, auch Vlog-technisch irgendwie, da was drauf zu schmeißen. Also, wenn ihr daran Interesse habt, da irgendwie so ein klein wenig zu verfolgen, was ich da jetzt irgendwie mache, neben der Crew auch, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Die Crew ist immer noch das Hauptding, ja? Aber ich versuche halt auch noch so ein bisschen, was jetzt, auch für mich zu machen noch, ja? Momo wird Ähnliches tun, ähm, einfach nur, weil wir auch denken, dass das auch so ein bisschen, ähm, dem Kollektiv eben zugute kommt. Also, wie gesagt, wenn ihr daran Interesse habt, da unten in der, in der Infobox, Panel, Zeug, Gedingse, ist der YouTube-Kanal verlinkt. Würde mich da sehr drüber freuen. Werd den auch später noch bei Twitter raushauen und so, ähm, aber spätestens dann, wenn so ein, zwei, vier, sechs Videos online sind, macht das Sinn. Weil, alles, was auf meinem alten YouTube-Kanal war, ähm, oder ist, das ist ja, irgendwie, nix halbes, nix ganzes. Da würde ich auch demnächst mal wahrscheinlich so das eine oder andere runterschmeißen. Denn, ähm, die Sachen, die ich selbst kreiert habe, wie zum Beispiel die, ähm, die Einspieler für die, für die, ähm, Speedrun-Events, die sind ja auch zum Beispiel eher ein Machwerk von, von der Firma selbst, also von Monfluff Media. Da will ich mich auch noch um einen YouTube-Kanal bemühen, denn dann, den werden wir auch brauchen. Auch in Zukunft. Ähm, muss ich gucken. Ja, also, wenn es euch interessiert, dann haltet da in irgendeiner Form ein wenig Ausschau. Also, so, lange Rede, langer Sinn. Wir waren beim letzten Mal tatsächlich irgendwie so ein bisschen, also, ich hatte das Gefühl, dass ich beim Kyoto-Puzzle, also bei dem Kyoto-Puzzle, was da drüben auf dem, auf dem Sofa liegt, irgendwie, ja, wir waren da weiter, habe ich so das Gefühl, als wir den, den Folgestream angestimmt hatten. Und ich habe mir tatsächlich heute so ein paar Themen zurechtgelegt, über die ich gerne sprechen wollen würde. Einerseits geht es um, ähm, um das, was halt gestern terminmäßig passiert ist. Und, ähm, das vermutlich größte Vorhaben meines Lebens, dass sie jetzt anscheinend ins Rollen kommt. Da sollten wir drüber reden. Denn, ähm, ich werde wahrscheinlich, alleine nicht 100% die Kraft haben, da, äh, da die Schritte vorwärts zu gehen. Auch wenn ich jetzt gerade sehr, sehr viel Energie durch die positiven, durch den positiven Push bekomme. Ähm, ich ziehe mal gerade die Uhr aus. Sonst reiße ich damit wieder Puzzleteile ein. Das habe ich ganz vergessen. Ähm, ja, und, ähm, nachdem man mir auf verschiedene Art und Weise gestern bei Twitter zu verstehen gegeben hat, dass ich nicht allein bin und dass, ähm, ja, dass, dass man mit vielen Belangen hinter mir steht, ähm, werde ich noch mal werde ich noch mal alle meine Energie zusammennehmen, um, um einen meiner Lebensträume in irgendeiner Form zu materialisieren. Das Interessante daran ist, dass dieses, dass dieses ganze Gebilde nicht nur für mich etwas sein kann, sondern halt auch fürs Kollektiv. Denn vielleicht schafft es Arbeitsplätze, vielleicht schafft es neue, neue Bindungen, neue, neue Orte, neue, ja, wie nennt man das? Neue, neue Safe Havens. Ich, ich weiß es nicht. Müsste man mal schauen, was daraus wird. Dazu aber später mehr. Gehen wir doch einfach mal den Status an. Achso, ich hab OBS vorhin geschlossen. Das heißt, das sieht jetzt alles nach Murks aus. Äh, lasst mich das mal ganz kurz für euch korrigieren. Es ist immer dasselbe. Rest der Vorbereitung ist alles, sagen sie immer. So, Achtung, nie erschrecken. Schön, dass er sich die Helligkeitseinstellungen behalten hat, aber die, 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 die Chome, den, den Chome hat er nicht behalten. Anyways. So. Was im Prinzip auch wiederum bedeutet, dass ich in nächster Zeit nichts anderes sehe als Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das ist aber auch gar nicht schlimm. weil ich das Gefühl habe, es würde sich lohnen. Achso, nur nochmal für euch zur Vergegenwärtigung, das da ist das, was wir puzzeln wollen. Und in meinem Leichtsinn habe ich es natürlich dieses Mal falsch rum hingelegt. Das ist das Bild, das wir heute erpuzzeln wollen. Habe übrigens noch überlegt, dieses andere 3D-Puzzle von Himeji Joe, also hier, wo wir Osaka-Kasen zusammengebaut haben, was ihr rechts hier im Bild seht, da gibt es auch noch eins von Himeji Joe und ich habe noch so zwei andere, drei, also zwei, drei andere Sachen gefunden von denen, die ganz cool sind. Mal gucken, ob ich die dann halt auch noch bestelle, aber dazu seinerzeit mehr. So, also das ist der Stand. Wir haben tatsächlich nur so ein bisschen rotes Zeug zusammengekriegt und wir haben den Rand fertig. Was heißt, fertig ist relativ. Wir haben alle Randteile auf jeden Fall zusammen, außer hier oben, da passt noch irgendwas nicht. Und das müssen wir halt jetzt in irgendeiner Form angehen. und die beste Idee war tatsächlich, dass wir den Himmel vervollständigen. Genau, dass wir den Himmel vervollständigen, weil damit automatisch sich ergibt, wie viel vom Himmel übrig ist. Also, dass wir die Himmelskante, Entschuldigung, dass wir die Himmelskante vervollständigen, wodurch sich ergibt, wie viel von dem Himmel übrig ist. so rum. So, und damit Highcorps. Hallöchen. Guten Abend wünsche ich auch dir. Und mal wieder frage ich mich tatsächlich, warum habe ich mir wieder so ein Puzzle ausgesucht. Was mich übrigens auch wieder dazu bringt, Puzzlevorschläge. Also, es gibt eine Sache übrigens, die ich, die ich persönlich noch nicht umsetzen werde. Ich sehe auch momentan keine Notwendigkeit da drin, denn ich wurde jetzt halt irgendwie schon öfter gefragt, ob ich mir denn vorstellen könnte, ähm, ein eigenes Discord zu machen für den ganzen Streaming-Kram, ähm, weil das für die Leute irgendwie einfacher zu verfolgen wäre. Ähm, ich würde halt erst mal noch davon absehen, weil aktuell sehe ich da tatsächlich, wie gesagt, noch keinen Sinn dahinter. aber vielleicht braucht, vielleicht ist ja dann irgendwann, ähm, vielleicht gibt es ja dann irgendwann eine Zeit, wo das, ähm, wo sich das ergibt oder wo das vonnöten ist, dann können wir da tatsächlich noch mal drüber reden, ansonsten, ist da erst mal tatsächlich nichts in die Richtung geplant. So, das bedeutet, dass das hierhin gehört. Aber es ist tatsächlich so, ich merke das wirklich, wenn, ähm, hey Garnage, hello, hello, äh, es ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, wenn man, wenn man zu lange vor so einem Puzzle sitzt, dass man überhaupt, dass man richtig nassbirnig wird, und, ja, man da erst mal wieder einen neuen Blick drauf werfen muss. Könnte man, aber ich sehe halt persönlich übrigens nicht die, nicht die Notwendigkeit dafür. Weißt du, ich meine, was, was, mal ganz ehrlich, was will ich denn in einem eigenen Discord machen? Ja, und was würde ich in einem eigenen Bereich wollen? Ja, gar nichts. Ich meine, ich bin ja schon glücklich, wenn, wenn überhaupt jemand, die, die Ankündigungsnotification oben liest. Ja, und sich irgendwie hier, da bin ich ja schon sehr, sehr dankbar drüber auch, also, mehr brauche ich eigentlich auch gar nicht. Ganz offen gesprochen, mehr brauche ich tatsächlich nicht. So, äh, ich hole mir gerade mal das hier her. Ach, Quatsch, ich bin mit der WIC noch gar nicht so zufrieden. Ja, aber, nun, das Schlimme ist momentan, dass ich, also, ich habe ja selbst ein, ein Discord für mich, wo ich mich ein wenig bisschen drin organisiere, wo ich so, wo ich so Sachen wie Links reinposte und so, die ich mir merken muss und Programmierkram und tralala, ist halt praktisch meine Ablage und ich habe einen Channel, da poste ich meine Cosplays drin und meine Cosplay-Wünsche und da ist halt einfach aktuell so viel drin, ne, wenn es nach mir ginge, ich hätte schon Sakoda gekauft. Aber ich, aufgrund dessen, was ich plane in Zukunft, versuche ich momentan mein Geld ein wenig zusammenzuhalten, auch wenn ich jetzt wieder Vollzeit arbeiten kann, ja, das, das ist noch so eine Geschichte. Ähm, wo kommen denn diese, diese Trollas hier hin? Das sind, die sind von da drüben, von diesem, von diesem Giftbaum, da hätte ich jetzt beinahe gesagt. Es ehrt dich aber, danke für das, danke für das Lob. Man könnte einen Bot holen, der Rollen verteilt, so könnte man filtern, so dass sich die Leute für Streamer... Das wäre vielleicht für die, für die Notifications gar nicht mal doof. Ich hatte für die, für die Baka Crew Webseite, oh Spoiler, sorry, ich hatte für die Baka Crew Webseite im Prinzip sowas geplant, dass du dir halt Desktop Notifications schicken lassen kannst, wenn, wenn du, also du kannst dir Sachen vormerken, Streams vormerken und dann kriegst du eine Desktop Notification, wenn dieser Stream startet oder von dieser, wenn dieser Streamer startet. Ja, das war so ein Gedanke, den ich auch noch ausführen wollte. Muss halt nur mal gucken. Ah, so habe ich das noch nie versucht. Guck mal, schon passt. Ähm, und ich habe, ich habe ja gesehen, ja, ich habe sogar ein Kasuma, ja, das wäre ja, wäre ja höchst löblich und toll, wäre das. Ich habe sogar gesehen, also ich, Misa meint so die Tage noch so, ihr Megumin Cosplay kommt auch bald an. Ich habe so das Gefühl, wir haben bald eine Konosuba-Gruppe. Habe sowas für Gaming-Genres bei mir, läuft gut. Oh, okay. Oh, das ist recht cool. Ja, vielleicht sollten wir wirklich mal gucken, ob wir das so ein bisschen revampen können, ne, dass wir da einfach mal schauen, was können wir denn, was können wir denn da in die Richtung machen. so. Ich hoffe, ihr habt euch übrigens schon seelisch darauf vorbereitet, dass ich heute wieder so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Talk betreibe, was so Projekte und so ein Kram anbelangt, denn, ähm, ich habe da tatsächlich so das ein oder andere aktuell auf dem Herzen, das sich so aktuell ein klein wenig entwickelt. Ähm, da können wir ja gleich auch mal drüber quatschen. Ah ja, für die anderen jetzt auch nochmal der Hinweis, das ist eine Random-Playlist aus den Sachen, die ich in meinem Amazon Music gespeichert habe. Ja, ich nehme da auch gerne Playlist-Vorschläge, also Song-Vorschläge oder Playlist-Vorschläge entgegen, die ich da draufschmeißen soll. Es kommt öfters vor, dass wir jetzt wahrscheinlich andere Playlists hören und da dann einfach mal Kram draufknallen, ne. Was, Tage, Puzzlepeep, No Way, ja, das ist ein bisschen mehr, also ein bisschen reeller Talk, der mal nichts, der mal nichts Negatives an sich hat, sondern wirklich mal Positives. Ich weiß, das kommt in meinem Fall sehr überraschend. Es glaubt keiner mehr an mich, dass ich auch noch normale Themen haben kann. Das ist unglaublich, ja. Das ist, das ist echt faszinierend. Das ist Phantasto-Nockel ist das. Ähm, verdammt. Also, ich kann hier erst mal, ich kann hier erst mal von gestern ein wenig erzählen. Ich kram übrigens gerade Japan-Bilder zusammen. ja, also habe ich auch, habe ich auch überlegt, aber ich, ne, das, ich bewege mich gerne zur Musik und, ne, ich habe auch tatsächlich schon mal so ein bisschen rumgeguckt, was man denn nehmen kann, was denn, ne, weil einige haben mich auch bei Twitter irgendwie kontaktiert mit, mit so, ah ja, ich kenne da ein paar Musiker slash Gruppen, die, die ihren Kram aktuell für Streams zur Verfügung stellen und da wollte ich dann auch noch eine kleinere Liste zusammenstellen, gerade für uns im Japano-Bereich. jetzt ruft die wieder den Georg. Ähm, jo. Also ich, ich hatte ja dann, ich hatte ja am Donnerstag, also gestern, meinen, meinen Termin bei meiner Ärztin. Hm. Bevor ich darüber rede, wegen den Fingernägeln nochmal, ne, ich habe die ganze Zeit überlegt, mir noch so ein bisschen Glitzer zu kaufen und vielleicht Steinchen, weil ich unbedingt, ähm, weil ich unbedingt so ein bisschen die Nägel nachbauen wollte, die ich, diese Anklebnägel, die ich vorher hatte und die waren halt unten, hatten die so ein bisschen Glitzer und hatten ein Steinchen drin sitzen, aber ich wollte mich da jetzt momentan noch nicht so, so ausladend mit beschäftigen, weil ich demnächst noch so ein paar seriöse Termine habe und da muss ich mich dann doch noch ein bisschen zusammenreißen, weil wer weiß, wie die zur Diversität stehen. Genau deshalb reden wir darüber, weil, äh, ich war ja eigentlich auch immer ein Mensch, der relativ viel, ähm, projektbezogene Sachen irgendwie gemacht hat und gesagt hat, weil es für mich halt auch eine Art, es klingt jetzt doof, als eine Art Werbefläche auch war für, für Dinge, die mich, die mich interessieren oder für die ich andere gerne interessieren wollen würde und das sehe ich halt auch als meinen Job hier, ne? Und daher sollten wir das wieder machen, denn ich bin jetzt, glaube ich, so ein bisschen, ich komme jetzt aus diesem Tal raus. Ich muss, es geht wieder bergauf und ich muss aus diesem Tal raus. Also, tun wir das. Also, dann reden wir doch mal über die, über den Termin gestern. Ne, das passt nicht. Ich hatte ja sehr, sehr, sehr viel Bammel davor. Ich weiß, dass es, also ich wusste von Anfang an, also nur für euch, es war nur ein Gespräch, so ein erstes Outing-Gespräch bei meiner Hausärztin. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir diesen Sachverhalt ganz kurz überhaupt ansprechen. Ja, es ging da tatsächlich nur um ein, okay, um ein normales Gespräch bei meiner Ärztin in diese Richtung. und ich habe ja dann Mittwoch auf Donnerstag, Donnerstagmorgen war der Termin, ich habe dann Mittwoch auf Donnerstag kaum bis gar nicht geschlafen und ich war so aufgeregt, weil ich mir halt einfach dachte so, ja, was ist jetzt, wenn sie mir versucht, klarzumachen, dass das, ne, dass sie das bei mir nicht sieht und dass sie das auch nicht unterstützt und tralala. egal wie oft meine Mama gesagt hat, die sind da so super offen für, da musst du dir da keine Sorgen machen. Ich bin tatsächlich auch zehn Minuten zu spät gekommen zu meinem Termin, weil ich halt praktisch an der Straßenecke, so etwa 100 Meter von meinem Arzt weg an der Straßenecke stand und ich habe mich halt echt nicht getraut hinzugehen. Weil, ne, wir hatten, wir hatten ja gemeinschaftlich fast schon im Kollektiv so entschieden, dass die beste Möglichkeit ist, vermutlich wirklich als Aileen hinzugehen, das habe ich dann auch gemacht und, ähm, es war halt ganz interessant, dass hat erstmal keiner was gesagt. die Dame vorne hat das erstmal einfach so hingenommen, weil sie hat ja die Krankenkassenkarte, die hat sie durchgezogen und fertig. Und, zu merken, dass die Ärztin, zu der ich halt wirklich auch schon jetzt seit knapp acht Jahren, sieben, ich glaube sieben Jahre, gehe, dass sie mich nicht erkannt hat, gar nicht, erst, erst bis ich halt wirklich angefangen habe, mit ihr zu quatschen und alles, weil erstmal ist ihr aufgefallen, ich habe sehr, sehr viel Gewicht verloren, das ist Punkt eins, Punkt zwei, ähm, ich musste gar nicht groß sagen, warum ich da bin, weil sie konnte sich's schon denken und wie offen sie auch über dieses Thema Transgender gesprochen hat. Das war für mich halt einfach auch, ich habe mich von Moment eins an wirklich sofort gut aufgehoben gefühlt. Ich musste natürlich eineinhalb Jahre nachholen, weil ich ja durch die Krankenkasse und alles, äh, diesen ganzen Versicherungstrubel, bla 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 hatte und das halt mein erster Termin seit eineinhalb Jahren bei ihr war. Also mussten wir so ein bisschen Catch-up machen, aber die, das war ja das Hauptthema. Und haben halt drüber geredet, haben erstmal, hat sie mich halt ausgefragt, was so meine Schritte sind, warum, warum, wie, was, ich das, wie ich eigentlich vorwärts gehen möchte und, und seitdem sind wir per Du, ja, Viktoria und Aileen, das war ja ganz wichtig. Und sie hat mir auch offen gestanden, dass sie halt bisher noch keinen, also, dass sie noch keinen Zusammenstoß mit diesem, ähm, mit Transgender in irgendeiner Form hatte. ähm, was sie mir dadurch mitteilen wollte, war vielmehr so dieses, ähm, Du bist mein erster Patient in die Richtung und hoffentlich auch nicht der letzte. Also müssen wir uns da beide irgendwie so ein bisschen rantasten. Ich weiß das zwar, weil man da jetzt relativ oft drüber spricht und so, aber ich muss mich da jetzt auch erstmal ein bisschen durchinformieren. Wir gehen diesen Weg erstmal zusammen. Und dann hat sie mich halt gefragt, ähm, wie ich, ähm, wie weit ich, äh, gehen möchte mit der Angleichung und wie ich das sehe mit dem, mit dem, mit Hormonen und alles und ob ich da informiert bin. Da habe ich halt natürlich gesagt, ich habe mich da versucht, so gut es geht, zu informieren. Ähm, ich sollte währenddessen vielleicht auch puzzeln, dann, ähm, dann habe ich nicht dieses Gronkh-Phänomen. Ähm, genau, und, ähm, ja, und im Endeffekt, ging ich dann am Schluss da halt raus mit einer, ähm, mit einer Überweisung zur Hormonklinik, die bei uns in Neustadt ist. Und, ähm, sie hat halt natürlich auch gesagt, positiv ist für mich natürlich, dass ich das jetzt ja schon länger, ähm, halt auch durchmache und dass ich das auch tatsächlich so offen auslebe, weil dadurch haben wir dieses, haben wir dieses Problem schon mal aus dem Weg, dass ich vielleicht einen, diesen, diesen Identifikationsweg, diesen langen, Neustadt an der Weinstraße, genau, ähm, dass, ja, dass ich diesen, dass ich diesen langen Weg gehen muss und das, das kann ich mir da wahrscheinlich dann halt auch sparen, denn, ähm, meine, meine Testphase, meine, meine Annehmenphase, die ist ja schon passiert, ja, bei meinen Eltern oder bei meiner, bei meinem Eltern, muss ich ja jetzt sagen, also bei meiner Mama, das ist schon passiert, bei meiner Schwester ist es passiert, im Dorf wissen es eigentlich auch schon einige, ähm, und so die Standardorte, die ich abklappere, wie, wie Arzt jetzt, Bank und, und, äh, Bäckerei oder so, sogar mein Haus und Hof, Türke, ja, ähm, selbst da ist das Thema schon erledigt, das heißt, das ist, das ist gemacht und da ich so gesehen, da mein Freundeskreis aus dem besteht, was ihr da gegenüber, also hinter dem Bildschirm seid, ähm, ihr habt das auch so gut angenommen, weshalb ich auch keine, kein Problem damit habe, so offen damit zu sein, das heißt, diese Phase haben wir ja auch schon überwunden, also wird es relativ leicht zu bestimmen sein, dass das, dass das Richtige ist, oder das Richtige ist. so, jo, danach haben wir uns noch ein bisschen über das, über mein Auge und alles unterhalten und sind mich darum gebeten, dass ich doch bitte, bitte, bitte bald einen längeren Termin mache, weil sie das halt nicht alles, dass wir das nicht alles in der Viertelstunde reinquetschen können und, ähm, dass sie sich da gerne Zeit für nehmen möchte und so sind wir dann halt praktisch am Ende verblieben und, ja, ja, sehr, sehr viel Lob, wie toll ich aussehe und, ich habe selten so etwas Herzliches erlebt wie dieser Termin. Das hat mich, ich hätte jetzt beinahe gesagt, in meinen Manifesten erschüttert, aber, es würde genau so zutreffen, wenn ich das sage, denn es hat mich wirklich in meinen Manifesten ein wenig berührt, weil ich habe ja mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser, mit dieser, sehr, sehr starken Offenheit, also, wirklich in keinster Weise habe ich, habe ich mit sowas gerechnet. Ja, und das war so ein bisschen das Erlebnis, was ich, was ich da irgendwie mitgenommen habe. Also, also, das war der, das war der Termin in der Nutshell, dafür, dass ich mich halt im Prinzip so, äh, so total kaputt gemacht habe, deswegen. Es war, es ist, es war buchstäblich ein Witz. Umso mehr freut es mich natürlich, ach so, natürlich, äh, wäre noch zu erwähnen, dass ich jetzt die Geschwindigkeit bestimme, äh, wie es weitergeht. Das ist, das ist noch viel, viel wichtiger, ähm, weil sie halt auch gesagt hat, es kommt halt auch drauf an, wie ich, ähm, mit der ganzen Sache vorwärts gehen möchte. Und das kann sie halt nicht für mich bestimmen, die Geschwindigkeit muss ich vorgeben. Boah, das ist auch so ein cooler Song. Jo, und das ist der aktuelle Stand, was das anbelangt. Jetzt muss man gerade gucken, das ist, das hier unten, das ist der Busch hier drüber, das heißt, uns fehlt da oben noch was. Nicht, dass mir das fehlt, ne? Ne, ist ja Quatsch. Oh. Ah ja, das ist so, das ist so in etwa jetzt die Zusammenfassung des, äh, des ganzen Tages oder zumindest dieses, dieser Terminierung gestern. Das war ja, das war ja, es war halt wichtig. Es war halt wirklich wichtig, dass ich da, dass ich da halt ganz offen mit ihr drüber gesprochen habe und, äh, hat scheinbar zu dem geführt, wie es jetzt ist und das ist tatsächlich gut. Oh, hey, Ragnu, lo, 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 lo. Jo. Mehr kann ich, was das angeht, tatsächlich gar nicht mehr sagen. Was auch gut ist. Würde ich jetzt mal so in den Raum schmeißen. Könnte das? Ne. Geht aber wahrscheinlich so, hat das ein Überhang? Ne. Ha. Das wäre ja Quatsch. Ja, es sind jetzt natürlich noch, ach so, ja, und sie hat natürlich, sie hat natürlich noch ein wenig über den Psychologen geschwärmt, der, der mich da jetzt unter seine Fittiche nehmen soll, ähm, wo sie dann halt auch noch gesagt hat, wenn sie, wenn sie jemals in ihrem Leben irgendein Problem hätte, dann würde sie sich vollkommen ihm, ihm hingeben. Oder so ähnlich. Also von daher, ähm, hat sie mir da, was das angeht, so ein bisschen die Angst genommen. Vor allen Dingen, ähm, ich weiß nicht, warum sie das zum Anlass genommen hat, aber sie wollte dann für mich auch nochmal klären, ähm, dass so ein Psychologe eigentlich nicht sowas ist, wo, wo du dich wirklich aufs Sofa legst und, und, ne, ich weiß nicht, warum sie mir das erklären wollte, aber sie wollte es mir erklären. Ah ja, und was sie mir auch noch angeboten hat, ist halt natürlich, dass wenn ich mich nicht trauen sollte, irgendwie, da Termine zu machen mit der Klinik und alles, dass, äh, sie da gerne für mich, für mich anruft und so. Lediglich beim Psychologen, da sollte ich mich dann doch wirklich selber drum bemühen, weil ansonsten, dass alles ein wenig schwieriger wird, was ich nachvollziehen kann. Mich deshalb da auch, äh, bemühe, dass, dass ich mich halt auch drum bemühe, dass das, dass ich das in irgendeiner Form selber hinkriege. Ich weiß, das ist ja der Punkt, wo meine, wo meine Mama jetzt wieder sagen würde, zeig halt auch mal, dass du so mindestens dreimal sechs Jahre alt bist, es sind, es gibt aber halt auch einfach Dinge, die kann ich nicht und das ist, das ist so ein Teil davon, dass ich mich meistens so ein bisschen von meiner Angst, jetzt muss man sich das vorstellen, ich telefoniere neun Stunden, also neun Stunden im Idealfall am Tag, Geschäftskunden für Konrad. Das heißt, ich rufe die an und versuche denen klar zu machen, ich, ich möchte da gerade was von ihnen, ich möchte denen gerne eine E-Mail zustellen. Aber ich kriege es dann nicht hin, bei irgendwelchen Institutionen oder was auch immer für mich anzurufen. Das muss ich immer dann erklären, weil die meisten dann nicht verstehen, dass ich dann nicht dann für mich selber telefoniere, sondern das ist für den Kunden. Was macht das so schwer? Hä? Kommt das da hin? Ne. Also ich habe noch so viele Teile hier rumliegen, von denen ich keine Ahnung habe, wo sie hingehören und das macht mich ein wenig stutzig. Aber ich würde mal einschätzen, dass das hier irgendwo hin muss. Ja, aber da muss noch, da muss noch ein Teil zwischen. Ich glaube nämlich nicht, dass ich das jetzt einfach hier so dran klatschen kann. Das auch ich ja. Guck mal. Ah. Ist das die Möglichkeit? Aha. So. Das war, ja, das war so, das war so das, was sich dann halt im Prinzip ereignet hat. Also, ist jetzt eigentlich nichts Negatives so durchgängig. Behaupte ich jetzt, ne? I'm watching you. Mal gucken. Wo gehört denn das hin? Das muss dann wahrscheinlich hier oben irgendwo hingehören. Das ist relativ weit oben. Also würde ich sagen, kommt das da. Hä, das kann aber auch gar nicht dahin gehören. Weil das hat, ach so, doch, die Wolke geht bis da. Da bin ich mal gespannt. Da mussten wir so einen, so einen relativ rubbigen Übergang haben, da oben. Ah, das ist höchst erfreulich, ja? Tatsächlich. Und überraschend erfreulich. Also, ich hab ja normalerweise relativ wenig Glück mit so Krams, ne? Aber das, äh, war halt tatsächlich etwas, was, was mir doch so ein bisschen das Herz hat aufgehen lassen. Und das meine ich tatsächlich deutlich ernst. Ich hätte es persönlich nicht gedacht, dass das, äh, in Anführungszeichen so einfach von der Hand geht. Aber umso glücklicher bin ich, dass das, in Anführungszeichen so leicht war. Cool. So. Dann mal hier. Das dürfte dann wahrscheinlich hier hin gehören. Okay. So, in der Theorie könnten wir jetzt, wenn wir wollten, über die andere Sache reden. Ähm, auch wenn ich da, was das angeht, noch so ein bisschen unsicher bin, weil es halt tatsächlich etwas ist, was noch relativ stark in der Luft schwebt. Weil das tatsächlich so neu also das ist das ist so frisch, dass ich selbst noch nicht alle Infos habe. aber ich will zumindest, dass ihr wisst, dass ich, dass ich momentan, also dass ich nicht aufgebe, an Sachen zu glauben, nur weil ich irgendwie in den letzten Jahren so, so den einen oder anderen Rückschlag, ähm, den einen oder anderen Rückschlag bekommen habe. Wo kommen die denn hin, sag mal? Komm, aber jetzt sind hier dran, oder? Ach, hör auf! Ja, cool, dann muss es da irgendwie ein großes Weißes geben, was in irgendeiner Form die, so ein paar Zweige dran hat. Entschuldigt ihr sich gerade schon wieder so ein bisschen thementechnisch am hin und her haupten bin. in der Süde. Ich meine, ich habe jetzt ja relativ oft schon über dieses, über dieses Thema Moonflow gequatscht. Ja, ich meine, wir nennen es immer noch liebevoll beim Namen Moonflow, auch wenn, ähm, auch wenn dieser Name vermutlich schon lange, schon lange im Grabe liegt. Nochmal ganz kurz zur Vergegenwärtigung. Wir haben mit Moonflow praktisch zehn Jahre lang versucht, so eine Art Rocket Beans zu werden, für die Anime Manga Japan Szene. Und, ähm, das ist eigentlich im Prinzip nur an, an der Egoistik und der, ähm, ja, das ist eigentlich an so Egoisten gescheitert, die im Prinzip immer nur an sich gedacht haben. Damit meine ich teilweise die Conventions und die Veranstalter und tralala. Ähm, also sind wir da, was das angeht, halt nie groß weit gekommen. Und jetzt hat sich die Tage tatsächlich etwas ergeben. Denn ich habe für mich, für mich persönlich beschlossen, dass ich dieses Thema Videoproduktion unter gar keinen Umständen, unter, in keinster Art und Weise, nein, nein, nie, nicht, ähm, aufgeben werde. Was gleichbedeutend damit ist, dass ich logischerweise diesen Weg weitergehen möchte. Und da ich mich, ich muss vorne anfangen, mein halbes Leben lang wollte ich, also als ich in Knirps war, war ich so von Samstagabendshows und, und, und produktionstechnischen Hintergründen fasziniert, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwann zum Fernsehen. Jetzt war das Problem ja auch, dass, äh, das bildungstechnisch alles nicht so wirklich funktioniert hat, aber aufgrund vieler schlimmer familiärer Verhältnisse und Ereignisse in den letzten 12, 13, 14, 16 Jahren, ähm, wo ich eigentlich noch den, den, den Gedanken hatte, dass es zu spät für all das ist. Und ich war ja auch mal in einem Praktikum, in einem Duisburger, ähm, Lokalsender und, äh, auch in einer Produktionsfirma eine Zeit lang und auch beim Lokalradio, auch wenn das jetzt nicht mit dem Fernsehen zu tun hat. Und angetrieben halt immer von diesem Gedanken, dass ich irgendwo in die Richtung was machen möchte. Und 2009 war damals so diese, diese Geschichte, okay, gut, wenn, also das war ja relativ frisch, nachdem, nachdem Giga tot war und ich da halt praktisch um so ein Haar der, der Anstellung entgegen, äh, entkommen, oder, ne, entgangen, ja, wo mir um so ein Haar die Anstellung entgangen ist. Weil wegen Premiere. Und, ähm, da hab ich halt gesagt, okay, gut, jetzt mach ich, da mach ich mir halt mein eigenes Fernsehen, scheiß drauf. Ähm, und so ist praktisch die Gründung von Moonflow passiert. Und da hatte ich halt noch so ein paar Leute, die, die da den Gedanken mitleben wollten. Und, äh, ja, so ist es entstanden. Und wir haben halt zehn Jahre lang versucht, äh, Infotainment zu machen für die, für die Anime-Manga-Japan-Szene. Das, äh, hat im Prinzip, wie ich feststellen musste, zwar, ähm, also es wurde zwar immer von den Veranstaltern ausgenutzt, aber es hat einfach nie die Leute erreicht, die es eigentlich erreichen sollte. Und wir sprechen hier von einer Zeit, wo es Twitch noch nicht gab. Wir sprechen hier von einer Zeit, in der, in der es so was wie, wie Crowdfunding noch nicht gab. Ähm, oder die Möglichkeiten, die es jetzt gibt. Und, ähm, wie ihr alle wisst, ist ja zum Beispiel, sind ja zum Beispiel die Rocket Beans auch aus, äh, Spenden aus der Community entstanden. Und, ähm, oh, nee, das passt aber nicht. Und natürlich auch ein bisschen Eigenbudget. Und, diese Möglichkeit hatten wir als Moonflow nie. Warum erzähle ich das jetzt? Ich erzähle das darum, weil ich die Tage diesen Rappel gekriegt hab, mal zu gucken, was man, was man denn machen könnte, im Hier und Jetzt, um diese, diese Geschichte nochmal anlaufen zu lassen. und so bin ich dann auf diesen, auf diese total dumme Idee wiedergekommen, so, ja, lass doch, ähm, aber stellt einfach irgendwo einen Container hin und da drin macht man dann ein Fernsehstudio rein. Also praktisch so, wie die das damals beim Gaga gemacht haben. kann das passen? Nee, so. Weil die Möglichkeiten, die man jetzt hat, ne, also, früher, früher waren, waren die Möglichkeiten so und heute sind die Möglichkeiten so. Wenn ich mir überlege, wie viel wir, und ich weiß, wir sprechen hier von, in Anführungszeichen, kleinen Dimensionen, aber wie viel wir schon als Kanal Baka Crew erreicht haben, das ist für mich persönlich etwas, das ist, also, das ist schon das Zehnfache von dem mindestens, was wir als Moonflow erreicht haben in den, in den, in diesen zehn Jahren, in denen wir aktiv waren. Das klingt einerseits traurig, aber auf der anderen Seite halt auch leider realistisch. Und ich saß halt wirklich da, hab dumm rumgesponnen, hab gesagt so, also, ich saß mit meiner Mama halt oben auf dem Sofa und wir haben uns unterhalten und tralala, wo ich halt auch einfach gesagt hab so, ich weiß momentan einfach nicht, wie es beruflich weitergehen soll. Eigentlich müsste ich, müsste ich, müsste ich überall einen Schlussstrich ziehen und halt einfach gucken, dass ich mich mal um mich kümmere. Und da hat sie mich gefragt, was ich eigentlich will und dann hab ich ihr halt das erzählt, dass da irgendwo so dieser Wunsch, dieser Wunschtraum und Gedanke hinterhängt und sie hat mich gefragt, was mich denn, was mich denn aufhält, einfach zu sagen, ich mach das jetzt. Da hab ich halt gesagt, vermutlich die finanzielle Komponente. Und dann hat sie, so trocken, wie ich sie normalerweise noch nie erlebt habe, hat sie dann einfach zu mir gesagt, so, für sowas gibt's Banken. Da hab ich gesagt, ja toll, nur weil ich jetzt halt aus den roten Zahlen raus bin, heißt das nicht, dass ich direkt wieder welche mache. Und dann hat sie mich wieder gefragt, du hast doch einen Traum und einen Wunsch, den du machen möchtest, ja, im Gegensatz zu mir bist du noch so jung, dass du weitreichende Möglichkeiten hast. Dann hab ich also geguckt, hab mal Spaß gemacht geguckt, ja, wem die Grundstücke gehören, die bei uns am Bahnhof momentan aufgedröselt werden. Die sollen ja für Regionalunternehmen sein und nicht halt so, ja gut, ich bin ja eigentlich ein Regionalunternehmen, ne. Dann hab ich mich gestern mit Alex, also mit AJ Alex unterhalten. Ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen komisch, jetzt drüber zu reden. Dann hab ich gestern mit AJ Alex unterhalten und ja dann haben wir, also ich hab dann halt so ein bisschen gegoogelt und hab dann halt rausgefunden, wem die gehören und alles und hab mir dann deren Webseite angeguckt. Und irgendwie sind wir dann ins Gespräch gekommen und das, diese Grundstücke gehören der Wirtschaft, der Wirtschaftsfördergesellschaft Südwestpfalz. dann hab ich mich über die informiert und dann war ich auf deren Webseite und da stand dann so viel Existenzgründung und Fördermittel und staatliche Fördermittel und wir begleiten sie von Idee bis Abschluss und dann auch noch Tralala ähm und Alex, so wie er halt ist, ne, so ich ruf da mal an. Ich wusste noch nicht so ganz genau, wie mir geschieht in dem Moment. Aber er war überzeugt, er ruft da jetzt mal an. Das interessiert ihn jetzt. Er ruft da jetzt an. Ja. End vom Lied war dann halt tatsächlich, er hatte angerufen und, äh, Moment, ganz kurz, ist das die Ecke hier oben? Ah ja. Ja. Er hatte angerufen und hat sich, hat sich so ein bisschen informiert, was die gute Frau ihm gesagt hat und so und, äh, ja, sie hat ihm am Ende gesagt, sagen sie ihrem, sagen sie ihrem Kumpel, er soll, er soll da jetzt mal nicht groß die Welle machen, er soll mal zu uns kommen und soll mal seine Idee vorstellen, denn das, was wir jetzt gerade von ihm am Telefon gehört haben, das klingt ja erst mal nicht schlecht. Das klingt sogar nach etwas, was machbar wäre. Ja, und so endete es jetzt damit, dass ich demnächst einen Termin bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalens habe, um mich über das Eröffnen eines Medienunternehmens zu unterhalten für die Region Südwestpfalens, die sowohl, ähm, die sowohl die Jugend fördert, als auch als Internetunternehmen, als Video- Web-TV-Produktionsfirma sich hier ansässig macht. Denn so etwas wie ein, ein frei verfügbares TV-Studio gibt es in unserer Region nicht. Das einzige TV-Studio, das es insofern gibt, ist bei einer, bei einer Agentur in Pirmasens, das ist aber komplett immer nur für diesen einen TV-Sender vermietet, der, der irgendwas mit Homeshopping macht. So. Das heißt, das ist nicht frei verfügbar. Und beim offenen Kanal, da musst du sowieso erst deine Seele verkaufen und du musst deinen Scheiß, den du produzierst, ja auch noch im Bürgerfernsehen senden. Das heißt, auch das ist nicht frei verfügbar. Und alleine eine Verfügbarkeit für, ähm, für privat, ja, zu machen, die, also eine, eine Verfügbarkeit für privat zu vergeben, die, ähm, wie erkläre ich das? Ähm, an sich, dass das, dass das Studio halt verfügbar ist für, für, eigentlich für jeden Hinz und Kunz, ja, der es sich leisten kann und es mieten kann. Geil. Ja, das heißt also, du hast da ein Studio, das kannst du für eigene Zwecke benutzen, kannst da Kram drin produzieren und kannst es vermieten und wenn irgendeine Veranstaltung das Studio haben möchte, dann räumst du den ganzen Scheiß raus ins Lager und dann machst du da drin eine Veranstaltung und dann räumst du den Scheiß wieder zurück. Ne, also Multifunktionsding. Oh, hey Panda, hi, Entschuldigung, ich war gerade mitten im Redeschluss. Das bedeutet auch, du kannst so ein, also ich muss immer an die E-Sports Factory denken, weil die E-Sports Factory wurde auf fast den gleichen Statuten gegründet. Ne? Und wir wissen jetzt ja, wie gut die E-Sports Factory besucht ist und wie das da so bei denen läuft und ich habe dann halt direkt gesagt, so, okay, ähm, ich habe, ich habe mich ja jetzt relativ viel mit, mit verschiedenen Dingen beschäftigt über die Zeit. Thema Speedruns und so weiter und so fort. Das passt nicht. He lives in you. Ah ja, guck mal hier. Ähm, ich habe mich jetzt ja mit relativ vielen Dingen beschäftigt, das heißt auch, ähm, das heißt auch Speedrunning, ich habe Veranstaltungs-Livestreams gemacht mit dem Team zusammen, ich habe mich schon mit anderen Produktionen beschäftigt, also mit Konzertproduktionen, Hallo Mappel! Konzertproduktionen, Studioproduktionen, alles in die Richtung. Alles gut. Alles gut. Hi, grüß dich. Ähm, also, habe ich mir geschworen, dass ich mich dieser Sache annehme und versuche, nach allen Regeln der Kunst, dieses Projekt jetzt auf den Weg zu bringen. Das heißt also, all dies ist Teil, also damit, hi Alex übrigens, all dies ist Teil dieser ganzen Geschichte. Das heißt also, am Schluss ist dieses Studio so ein Merkzweck-Ding, wo du einfach mal sagen kannst, so, am 31.12. findet da drin ein Charity-Event statt, das heißt der Bucker-Bash und wir müssen dafür nichts bezahlen. Und wir kriegen es wahrscheinlich noch gefördert. Und es ist halt was ganz anderes, wenn da, wenn halt irgendwie so eine GmbH oder irgendwas ankommt und fragt nach irgendwelchen Preisen oder was auch immer an für, für diesen Livestream oder was auch immer. Geil. Und dann kommt vielleicht ein, ein, ein Teer von, von Speed Gaming, der sagt dann so, hey, lasst uns doch mal, lasst uns doch mal einen Speedrun-Event machen, so, äh, vier Tage lang und so. Und dann sag ich, kein Problem, was stellst du dir vor? Ja, äh, können wir das so und so und so machen und tralala und dann sag ich, ja, das können wir da drin machen und bam, dann, ja, wie machen wir es mit der Miete und so? Ja, äh, äh, wird bezahlt oder was auch immer und dann kannst du dich da halt, ne, und dann bam, break the record live. Ja gut. Jetzt musst du natürlich halt bedenken, es ist halt im Niemandsland, ja. Aber das ist, das hat auch was Gutes. Wirklich. Ähm, so, das heißt halt wiederum, es ist für alle Möglichkeiten offen. Vielleicht kommt dann demnächst dann auch ein Kunde, der sagt, der möchte da drin, äh, ähm, Konzertaufnahmen machen, dann machen wir da drin Konzertaufnahmen oder was auch immer. Das kannst du halt alles dort machen und das Studio soll sowieso auf, auf Produktionen ausgelegt werden, die halt größtenteils über das Internet stattfinden. Ja, also es sollte schon ein Internet-Uplink und alles haben. Und wir leben in einer Zeit, wo die neuen Medien einfach viel, viel stärker Benutzung finden sollten. Und jetzt raffen es alle, gerade durch die Corona-Zeit. Und ich will natürlich da drin auch meine eigenen Produktionen machen. Mein größer Traum ist es, dass wir jeden Samstag eine Gaming-Show machen. Im alten Giga-Game-Style. Das wäre geil. Das ist, das wäre mein Anliegen. Das, dann hätten wir es, dann, da mache ich einen Deckel drauf. Da hängt dann halt einfach auch noch ein Büro dran. Und jetzt muss ich ganz offen darüber sprechen, nachdem ich in den letzten Wochen so ein bisschen gesehen habe, wie die Produktionsfirma von Joko und Klaas arbeitet, dass die einfach nur mit Spiegelreflexkameras aufzeichnen und eine arme Sau irgendwie da sitzt an einem Schnittplatz und all den Scheiß zusammenschneidet und dass die eigentlich nur in diesem Studio, in den Bavaria Studios in München sind, weil ProSieben das bezahlt, da dachte ich mir halt auch einfach nur so, ähm, Moment mal. Also, große Produktionen können wir auch. Und es, es tut mir jetzt echt leid, für alle der Doku-Mü-Sympathisanten, aber das, was die Doku-Mü gemacht hat mit Doku-Mü-TV, das war scheiße. Das war einfach scheiße. Da war, da war nix, da war nix dran, von dem man sagen könnte, das war in irgendeiner Form gut durchdacht. Also, es war eine super Idee, es war einfach nur scheiße umgesetzt. Hä? Und das Problem, also das Traurige daran ist, für mich persönlich, halt einfach so, eigentlich haben wir es denen doch vor Jahren vorgemacht, wie man es macht. die Doku-Mü will doch schon immer alles gut, ne, kopieren und, und, ne, und alles, denken immer, sie können alles besser machen. Warum haben sie es dann nicht gemacht? Die haben sich ein Fernsehstudio gemietet. Verstehst du? Ja, wir haben auch viele Dinge, hey Frozen, hey, 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 hallo, hallo, hallo. Ich mein, ja, auch wir hatten unsere Ausfälle mit Moonflow, ja, weil wir halt immer drauf bestanden haben, Dinge live zu machen, weil live einfach, live ist Masterclass, ja, und Ragnu hat selbst erlebt, ja, 2018 2018 auf der Doku-Mü, es war chaotisch, aber halt auch, weil uns Dave sehr, sehr viel reingefunkt hat, aber wir haben verdammt nochmal ein rotes Programm abgeliefert. Ja, selbst Opus wusste schon, life is life, ja, und wenn ich mir jetzt auch überlege, was wir, was wir bei der, bei der Doku-Mü, Speedrun-technisch, auf die Beine gestellt haben, ja, das war ein Akt, was ich da in drei Tagen zusammengezimmert habe, wo man übrigens auch nochmal erwähnen muss, das finanziell, das nur großartig so funktioniert hat, wie es funktioniert hat, weil es so Leute wie Ragnoran gab, ja, möchte ich bitte nochmal wirklich erwähnen, ja, und deshalb kann ich nicht verstehen, wieso, wieso da halt einfach so ein Quatsch mehr rauskommt. Also war mein Gedanke, okay, vor elf Jahren, fast elf Jahren, waren wir zu früh, aber ich will auch nicht jetzt zu spät sein, weil ihr werdet sehen, dass wir irgendwann, und das passiert ja jetzt schon nach und nach, dass die ganzen TV-Angebote Internet-Angebote werden, und damit meine ich, gerade so Geschichten, guckt mal, macht mal ProSieben.de auf und guckt mal, dass du theoretisch nicht mal mehr Fernsehen brauchst, weil du alles im Internet konsumieren kannst, was ProSieben macht. Und das ist die Zukunft, die Zukunft geht weg von linearem Fernsehen. Die Zukunft geht auf mediale Internet-Angebote. So dumm es klingt. Und man muss nicht studiert sein, um das zu wissen. Jedenfalls war das der Gedanke daran, warum ich dann halt gesagt habe, so, ich würde mich gerne mal wirklich mit diesen, mit diesen Menschen unterhalten. Ne, das ist zu hoch. Ich würde mich sehr, sehr gerne mal mit diesen Menschen von dieser Wirtschaftsförderungsgesellschaft, solche Dinge, unterhalten, weil das wahrscheinlich zu was Gutem führen kann. Ja, geht alles auf VOD. Ja, geht alles. Video und Demand, weil nicht, weil das Leben bestimmt unseren Tagesablauf, aber wir wollen unseren Tagesablauf bestimmen. Früher war es tatsächlich so, dass Leute ihren Tagesablauf nach ihren, ne, dummstes Beispiel, meine Großeltern zum Beispiel, haben damals immer ihren Tagesablauf nach der Tagesschau geplant. Die haben immer geguckt, dass alles, dass man alles machen kann, aber Tagesschau war Pflicht, weil du konntest die Tagesschau nicht verschieben. Tagesschau war halt da. So. Und wie ist es heute? Heute informierst du dich über Neuigkeiten oder was noch mal machst du im Internet? Ja. Es gibt die Leute, die gucken zum Beispiel unsere Streams ab 18 Uhr, aber es gibt halt einfach auch die Leute, die dann halt sagen, 18 Uhr passt mir nicht in den Kram, ich gucke lieber die VODs. Bam. Und schon hast du genau dieses Konzept wieder. Und, ähm, das ist halt auch genau das, was ich versuchen will, damit zu bezwecken. Ja, also, ich will dort kein lineares Programm machen in dem Studio auch, wenn es zu einem Sender kommt, was ich doch schwerst hoffe, ähm, sondern ich möchte ein Angebot machen für, für die Computer Inder, hätte ich jetzt wieder gesagt. Also für gerade diejenigen, die, ähm, boah, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, für gerade diejenigen, die ihren Tagesablauf wirklich nach solchen, nach solchen Dingen halt eben planen. Und die halten natürlich auch einen gewissen Grad an Informationen haben wollen. Also äußert sich in dem Fall so, dass, äh, ich in letzter Zeit sehr, sehr viel Geflame lese, was zum Beispiel Sumi Kai von Quark ist. Und dass es halt einfach keinen zentralen Anlaufpunkt gibt, wo man sich über Anime, Manga, Japan, relevante Themen informieren kann. Panda, ich brauche alle Ressourcen, die ich in irgendeiner Form kriegen kann für diesen Quatsch. Und mein Ziel wäre es am Schluss auch, die Menschen dafür bezahlen zu können, dass sie das machen. Also, es endet damit, dass ich zu dieser Wirtschaftsförderungsgesellschaft hingehe und mein Konzept vorstelle. Und wenn es eins gibt, das ich relativ gut kann, das ist Reden. Auch wenn man mir immer mal wieder das Gegenteil beweist. Das kann doch nicht wahr sein. Achso, das stimmt. Das ist das, was hier dazwischen gehört. Aber es fehlt hier, es fehlt da dieser Murks dazwischen drin. Nee, der muss ganz hoch. Hä, das ist doch Quatsch. Oh hey, life is good today. Life is good today. Hä? Sekunde mal. Hä? Was wollte ich sagen? Genau. Und wenn im Endeffekt rauskommt, okay, man braucht 350.000 Euro als Fördergelder, dann ist das okay. Dann ist das vollkommen okay. Aber ich will diesen Weg bis zum Schluss gehen. Ich werde, ich werde mich nicht abspeisen lassen diesmal. Ich werde es nicht tun. Und am Schluss, ja, es ist mir total egal, ob die Dokomi dann da sitzt und bei mir betteln kommen muss. Ja, und das wird passieren. Das wird passieren. Hallo, hi, der guten Abend. Dann werden die betteln, als wir irgendwas für die machen. Mir ist es dann scheißegal. Ja, das kann nicht dahin kommen. Das kann nicht dahin kommen. Und ich will wirklich sehr, sehr viel in diese Richtung produzieren. das heißt für mich natürlich, dass die, das heißt natürlich für mich, dass ich da halt einen Businessplan und alles ausarbeiten muss, der irgendwo Hand und Fuß hat. Keine Frage. Oh. der in irgendeiner Form Hand und Fuß hat. Das ist nicht unbedingt einfach. Aber es ist auch nicht unmöglich. Und davor stehe ich. Vor genau diesem Prozess stehe ich jetzt. Ah. Nee. Vor genau diesem Prozess stehe ich jetzt und muss mich halt in irgendeiner Form jetzt da fortbewegen. Aber die gute Frau hat am Telefon noch gesagt, dass ich mir da keine Sorgen machen muss, weil die da mit einem den Weg gehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sehr so ein Niemand wie ich da jetzt halt eine gewisse Glaubwürdigkeit kriegt, würde ich jetzt, wollte ich jetzt beinahe sagen. Weil im Endeffekt, was habe ich denn schon groß erreicht, außer dass ich die elf Jahre diesen Murks gemacht habe. Ich weiß theoretisch, wie dieser ganze Markt funktioniert. Einzig fehlen mir die Möglichkeiten der Finanzierung oder der Lokalität. Aber wenn ich sehe, was die, was diese, diese Wirtschaftsförderungsgesellschaft aufgebaut hat in unserer Region mit Unternehmern, dann glaube ich noch nicht mal, dass das so unmöglich ist. Jetzt mal ganz kurz, wo kommt denn der Schmuh hin? Ist das so? Wird das so? When I wake up? Ja, das gehört, glaube ich so. Moment. Ist das dann so? Jupp. Scheinbar schon. Jupp. Aber so richtig, wo es drankommt, wissen wir jetzt immer noch nicht. Oh, sag mir nicht, das passt genau hier drauf. ich leck mich am Arsch. Ich leck mich am Arsch. Ähm, jo. Danke, dass du kurz da warst, Shosen. Dankeschön. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Jo, aber so viel zu der Thematik. Also, das ist was, das wird mich, mich wird das jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate und vielleicht sogar Jahre begleiten. Ich werde euch natürlich in irgendeiner Form, sofern ihr das möchtet, immer gerne auf dem Laufenden halten, aber ich kann nur sagen, dass uns das allen, ähm, oder dass, dass das halt relativ vielen aus unserer Streamer-Bubble auch zugutekommen kann. Und wenn, wenn es vonnöten ist, dass irgendeiner diese Kugel, also sich in diese Kugel schmeißt, dann bin ich das gerne. So dumm das klingt. Ich hab nix, was da hingehören könnte. Was ist denn das für ein Blödscheiß? Dabei hat mir Jan doch alles rausgesucht. Vielleicht war das der Fehler. Jan blind vertraut. Das war falsch. Also ich würde mich sehr freuen, wenn das alles in irgendeiner Form, ähm, Entschuldige bitte. Ähm, es soll ein Speedrun-Format geben, ja. Da muss ich dir aber, da muss ich dir aber nicht mal irgendwas spoilern. Das, äh, es wird es geben. Und zwar wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit Speedgaming. Das sag ich jetzt schon mal ganz offen, weil die Möglichkeiten, die ich, die ich über Speedgaming habe, sind durchaus besser als die Möglichkeiten, die mir irgendwelche anderen Institutionen in Deutschland bieten. Und das sag ich jetzt nicht, weil ich irgendwann mal mit Jermich angeeckt bin, sondern halt, weil ich da tatsächlich drüber gesprochen habe. Ja. Und, ähm, was viele ja durch meine Arbeit im Speedrunning-Bereich wissen, ist ja, dass ich, ähm, dass ich immer versucht habe, diese, diese Distanz zwischen Runner und Zuschauern so gering wie möglich zu halten. Ja, weil, ja, das sind Menschen, die vollbringen teilweise Wunder, wenn man es so will. Ah ja, guck mal da. Die verbringen schon irgendwo Wunder, aber sie sind halt auch einfach nur Menschen. Das darf man nicht vergessen. Ähm. Äh. Was mache ich, wenn das nicht dahin passt, wo es hin soll? Ich habe ein Problem, glaube ich. Hm. Hm. Es gab halt relativ wenig Leute in der Zeit, wo ich, wo ich mich da mit dieser ganzen Speedrun-Thematik beschäftigt habe, die wirklich gewertschätzt haben, was, was für eine Arbeit da in diese, diese ganze Situation und Sache reingeflossen ist. Ah, da kommt das hin, Drecksau, ey. Ähm. Und das ist halt auch mitunter einer der Gründe, warum ich, warum ich persönlich halt eben sage, dass, äh, dass ich das halt gerne für, fürs Kollektiv halt machen wollen würde. Ah. Hört das jetzt da hin, oder was? Ne. Wird so einfach gewesen. Ich hoffe natürlich, dass ich nicht alleine an dieser ganzen Sache hänge. Das, äh, das ist eine kleine Hoffnung, die ich habe, aber ich gehe schwer davon aus, dass die, diese Hoffnung vermutlich vergebens ist, weil, ähm, sind wir mal ganz ehrlich, ähm, wer außer mir macht denn so ein Quatsch, ja. Aber effektiv kannst du alleine, kannst du nichts, kannst du nichts stemmen dergleichen, was, äh, was wir da in den Jahren zuvor gemacht haben. Es ist tatsächlich schnöder Fakt. Aber ich bin drauf und dran, ähm, da zu denen hinzugehen und denen halt, mit denen halt drüber zu reden. Die andere Sache ist, ich habe natürlich einen recht subjektiven Blick darauf, ähm, darauf, ähm, wie meine Arbeit nach außen wirkt. Das heißt, ich bin da sehr, sehr stark äh, von euch abhängig. Das passt ja gar nicht hier. Ich bin da sehr, sehr stark abhängig von euch und eurer Meinung, weil im Endeffekt, ähm, im Endeffekt muss ich, muss ich von euch Feedback kriegen, wie diese Arbeit bei euch als, als Zuschauer oder, oder als Konsumenten ankommt. Da kommen wir nicht drum rum. Weil das ist halt auch genau das, was ich am Ende denen, denen vortragen muss. Damit die mir halt auch glauben, dass es da halt tatsächlich eine Zielgruppe für gibt. Weil das kann ich mir auch nie einfach ausdenken. Und das will ich mir auch gar nicht ausdenken. Weil, dann wäre es ja gelogen. Das wäre Quatsch. Das möchte ich nicht. Das ist nicht meine Intention. Passt das jetzt da hin, oder? Aber schon. Die, 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 die. Ja. Von daher, ähm, weiß ich da halt momentan nicht, wie das Ganze jetzt so voranschreitet. Ich weiß nur, dass für mich persönlich feststeht, dass ich meine Zukunft darin sehe und die Zukunft von anderen Menschen. Und ich möchte das wirklich sehr, sehr gerne. Und ich werde wahrscheinlich sehr, sehr hart dafür arbeiten. Denn was vor, es klingt dumm, aber was vor zwölf Jahren funktioniert hat, wird auch wahrscheinlich in sechs Jahren noch funktionieren. Also zumindest hoffe ich das, inständig, dass dem so ist, wie ich es sage. To my Tequila. Das ist ein bisschen ruppiger, dieses Puzzle. Aber ja, es ist halt natürlich sehr, sehr stark von eurer Meinung abhängig. Das heißt, ohne euer Feedback geht es halt natürlich nicht. Das sagt sich immer so blöd, aber es ist wirklich so. Es macht wirklich einen Unterschied. Und ihr kennt ja leider meine Ansprüche. Ihr durftet es ja in den letzten Jahren ein wenig bitter leben. Hä? Wieso habe ich kein Teil, was da reinpasst? Habe ich denn wirklich keins, was da irgendwo noch so unten so ein kleines Tüttel dran ist für den Quatsch da? Echt nett. Also ich muss jetzt halt auch schon sagen, ich würde gern mehr machen. Dafür kriege ich aber wahrscheinlich gleich wieder links und rechts einen an den Kopf. Ja, mit harter Arbeit ist nicht das Problem. Ich sage nur, dass der Input, den man gibt, einen gewissen Output rechtfertigen muss. Und den hätte ich halt gern. Das setzt halt natürlich auch solche Sachen voraus, wie dass man halt bei so einigen Sachen eben nicht auf der Stelle tritt. Das ist dann zum Beispiel so ein Faktor. Man wird es nicht glauben, aber ich ziehe mich halt noch so sehr am Backer Bash 2019 runter, das glaubt man mir einfach nicht. Ich meine, fürs Kollektiv war es ein richtig cooles Event und hat Spaß gemacht und tralala, für mich war es der blanke Horror. Weil so viel ist noch nie bei einer Produktion schiefgegangen. Wirklich nicht. Das war für mich der blanke Horror. Und wenn ich mir überlege, mit welchen Schlumpis ich schon zusammengearbeitet habe jetzt. Also, ich will es nie sagen, weil sich das, immer wenn ich es sage, sich so hochnäsig anhört. Aber ohne mich und Dominik, also Elifura, wird Germansch mit der Doku-Me 2019 so derb aufs Gesicht gefallen. Die werden so böse aufs Gesicht gefallen. Aber richtig. Guck dir jetzt mal an, was sie dieses Jahr Corona-technisch zur Doku-Me gemacht haben. Der ganze neue Anstrich, der ganze Glanz, er ist jetzt weg. Selbst wenn man ein Online-Event gemacht hat. Das ist ein richtiges Online-Event nach dem Stile von Doku-Me 2019. Hey. Ich habe bei der Doku-Me 24 Stunden vor der Doku-Me die ganzen Einspiele eingesprochen, weil nichts final war. Und zur Hölle, ich habe sogar den von Mr. Tiger live gesprochen dort. Ich bitte euch. Es ist halt einfach das, wenn du keinen Bock hast, irgendwas zu machen, dann mach es doch einfach nicht. Weißt du, das ist es. Und ich hasse es. Ich hasse mich wirklich, dass ich mich an solchen Sachen teilweise halt auch runterziehe. Auch wenn ich nichts dafür konnte. Wirklich, dass ich nichts dafür konnte. Ich muss mir das immer wieder sagen. Ich konnte nichts dafür. Und trotzdem, trotzdem nimmt es mich so mit. Weil das die Dinge sind, an denen ich mich messe und verbessere. Ich bin dumm. Das weiß ich. Das, da, da gibt es genug Leute, die das sagen. Ja. Ich habe alles versucht. Also. Und es. Und es gibt Leute, die wissen tatsächlich, zu welchen, zu welchen unmenschlichen Sachen ich fähig bin. Wenn ich merke, irgendwas fängt langsam an zu brennen. Und wenn ich mir überlege, auf der Doku mich, ich habe alles gleichzeitig gemacht. Püriert rückwärts. Alles. Wirklich. Ja, Stefan und Momo haben halt groß geholfen und so, mit mal die Technik auszuhelfen. Aber ich musste, ich war ja überall. Ich musste ja überall sein. Und wenn ich mal nicht da war, dann hat die ganze Scheiße gebrannt. Ich weiß, das klingt furchtbar eingebildet. Bitte richtet mich nicht dran. Aber genau so ist es. Und ich könnte heulen, wenn ich drüber nachdenke. Also da haben wir doch jetzt direkt den richtigen Song erwischt. Hey. Und ja, das Glücksrad war auch eines dieser, dieser Leiden-Exit. Ist halt gebildet. Nein, das ist es nicht. Das ist es ja nicht. Damit will ich ja niemanden schlecht reden. Es ist halt einfach nur so. Die. Wie habe ich bei Stefan immer gesagt? Input, put, put, output, ne? We've fallen. Mit dem Glücksrad gebe ich zu. Ja, das war etwas, da, da, da wollte ich zu viel. Aber das war halt auch wieder so eine Geschichte, über die wir schon mal gesprochen haben. Da war halt einfach auch noch der Faktor, dass ich halt einfach anderen Leuten zu, zu viel anvertraut habe. Die halt gesagt haben, mach dir keine Sorgen und tralala. Und ich habe das einmal in meinem Leben gemacht, dass ich blind vertraut habe. Und dann war es halt, war es halt so ein Scheiß. Das mache ich nie, 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 nie wieder. Nie wieder. Äh, nein, habe ich nicht. Also, ich sowieso nicht. Weiß nicht, wie es mit den anderen ist. Aber ich nicht, nein. Free Fallen. Wie hier so ein schmales, das da, oder? Ja, aber, ne, soll jetzt auch kein Thema sein. Ne, alles gut. Ähm, soll auch kein Thema sein. Im Endeffekt, das war ja seine Entscheidung, soll das. Ich judge keinen für seine Entscheidungen. Sonst müsste ich mich selbst judgeen, dass ich, äh, dass ich jetzt diesen Weg wieder gehe. Obwohl ich so ziemlich jedem gesagt habe, diese, diese Moonflow-Geschichte ist tot. Ihr werdet es nicht mehr erleben. Ähm, hm. So, Quote ist auch wieder erfüllt. Sehr schön. Also, dahingehend, ich bin, ja, ich weiß noch nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich, ich habe das Gefühl, es, es wäre etwas, das wirklich funktionieren kann. Aber es funktioniert halt wirklich nur, und es klingt dumm, wenn ich es so sage. Es funktioniert nur, wenn ich eine Art... Vielleicht ist es, weil es halt etwas ist, worüber ich mich jahrelang definiert habe, Max. Das ist halt schwierig, glaube ich. Auch für mich als Realisierung. Ähm. Hold the phone, please. Sekunde. Hä? Ah, okay. Ähm. Scheiße, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Und wie ich angefangen habe. Verdammte Axt. Ich habe noch. Das Problem ist halt auch einfach so, diese Gratis-Gesellschaft, in der wir aktuell leben. Also, ich will nicht alle, ich will nicht alle über den Kamm scheren. Ja, das ist jetzt ganz wichtig. Ich werde es jetzt verallgemeinert ausdrücken, aber ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist ganz wichtig, dass ich das jetzt betone. Die meisten Leute in dieser Anime-Manga-Japan-Szene, die wollen ihren Kram einfach immer nachgeschmissen kriegen, ja. Am liebsten nichts dafür zahlen, ja. Weil die sich ja schon, weil die sich ja schon beim kleinsten Kram aufbäumen. Ich habe gerade neulich wieder diese Diskussion gelesen, warum denn irgendein YouTuber nicht Burning Serious oder wie auch immer die Serie heißt, empfehlen, empfiehlt, weil die ist doch absolut kostenlos und so. Wo ich halt auch einfach den Kopf geschüttelt habe und dachte mir halt so, ja gut, wer es halt nicht besser weiß. Aber, worauf ich hinaus will, ist halt, wenn ich jetzt heute sage, ich mache eine Umfrage, was man sich denn so unter so einem Anime-Manga-Japan-Kanal vorstellt, so, so, ne, sendungstechnisch und tralala, dann gibt es darauf bestimmt drei Antworten. Und mindestens 200 andere schreiben, dann braucht man ja nicht. Oder was auch immer. Oder mit, ja, es gibt doch schon das und das und es gibt doch schon das und das, was dann halt wieder absolut kein Vergleichsargument ist. Im Endeffekt muss ich aber trotzdem vor dieser Wirtschaftsgesellschaft, schieß mich tot, wie oft hatte ich dieses Teil jetzt schon in der Hand, stehen und denen halt auch plausibel erklären können, ja, warum auch das ein Kerngeschäft sein kann. Und dass es halt mehr als zwei Unterstützer gibt für diese Idee, ja. Aber ich kann jetzt weder die ganze Speedrunning-Community reinziehen, Der Song lief doch gerade. Da funktioniert ja super, der, äh, die Random-Funktion. Ähm, yo. Ich kann da jetzt nicht die ganze Speedrunning-Szene mit reinziehen und, und damit, damit ich da irgendwie eine Art Unterschriftenliste habe oder so, damit die nachvollziehen können, so, oh ja, äh, das geht ja schon in eine richtige Richtung. Ähm, das wird eher schwierig, würde ich sagen. Aber im Endeffekt brauche ich was. Äh, es liegt an der Rockset-Quote. Das ist alles. Ne, Amazon warnt dich, wenn du einen Song doppelt in die Playlist machst. Deshalb hat mich das verwundert. Ich gucke, warte, ich gucke mal eben nach. Interessiert mich jetzt gerade selber. Nee, der Song ist nur einmal auf der Liste. Ich habe übrigens auch noch gar nicht so viele Songs auf der Liste. Ich drücke mal weiter, sorry. Ja, dann hätten wir ja, dann hätten wir ja schon andere Songs, äh, da hätten wir ja gar keinen anderen Song gehört. Hätte ich jetzt mal pauschal behauptet. Ähm, jo. Und das ist jetzt halt einfach so die, die, ja, die Problematik, vor der ich jetzt halt stehe. Ich muss halt irgendwie ein, ein, ja, ich muss go. Ich habe wieder dieses Bild von Mel vor Augen, wie sie, egal. Es wird halt nie alt. Ähm, ja, ich, ich, wie gesagt, ich kann nicht die ganze Speedrun Community damit reinziehen und sagen so, hey, ähm, ich, ich will da was aufbauen. Und, und irgendwie, weil ich weiß ganz, ne, und wenn ich dann halt zu dieser Anime-Manga-Japan-Szene-Geschichte hingehe, dann weiß ich ganz genau, dass so Leute wie die Dokumi das boykottieren werden, weil sie wollen es ja selber noch irgendwie machen. Und damit wären wir beim allgemeinen Problem. Ja, dieser, dieser ständig anwesende Boykott, der immer gemacht wird. Offiziell gibt es ihn nicht, aber er wird trotzdem gemacht. Gold. Gold. Und das ist so furchtbar nervig. Believin'. Da, 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 da. Always believin'. Always believin'. Jo. Da weiß ich momentan noch nicht so, wie ich denen irgendwas vorlegen kann, das, äh, plausibel zeigt, dass da durchaus Bedarf für sowas ist. Ich kann den, ich kann höchstens wieder anfangen, irgendwie jetzt irgendwelche Listen zu machen mit, ja, schauen sie doch mal, die machen jetzt hier irgendwie die ganze Zeit diese Online-Conventions-Geschichte und tralala. Diese Online-Convention-Geschichte wäre relativ schnell abgearbeitet oder abgefrühstückt, wenn man, und das ist jetzt, oh, wenn ich jetzt darüber rede, ne, und es am Schluss irgendwer klaut, dann rast ich richtig aus. Always believin'. Oh. Da, 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 da. Noch ein anderes Teil? Das passt doch da nicht rein. Doch, tut's. Ähm. Wird doch eh nicht passieren, nehmen wir alle kein Geld. Ähm. Die haben alle kein Geld, keine Sorge, wird nicht passieren. Falls doch passiert, freue ich mich. Habe ich weniger Arbeit. Ähm. Diese, diese Online-Convention-Geschichte, die hast du relativ schnell abgefrühstückt, indem du halt einfach wirklich vorproduzierst. Es muss keine Convention sein, nur damit du irgendwo einen Show-Act irgendwo hin organisierst. Jetzt lad, ne, einfach den Show-Act ins Studio einladen und sagen so, ihr führt euer Stück jetzt hier auf. Und dann zeichnen wir das auf, dann haben sie gleichzeitig Bewerbungsmaterial. Und auf der anderen Seite hat man ein, ein, eine Aufführung, die man für sowas rausknallen kann. Ich liebe diesen Song. Ganz einfach. Und das kannst du mit allem machen. Mit allem. Mit den ganzen Musikern. Mit den, mit Künstlern. Alles. Das Einzige, was sie dafür machen müssen, ist, sie müssen ins Niemandsland fahren. Jetzt wird natürlich Corona nicht mehr so schnell vorkommen. Also hoffe ich doch tatsächlich. Möchtlich. 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 Ja, lustig wär's. Ja, aber ist doch so. Ich mein, was macht denn zum Beispiel die GSA? Ja? Von ihren ganzen Events zeigen die Reruns. Im 24-7-Betrieb. Das Einzige, was der Show-Act machen muss, ist ins Niemandsland fahren und ihr Stück aufführen. Ich stelle jetzt mal offen die Fragen, wo das Problem liegt. Und dann ist das Thema erledigt. Versteht ihr? Und ich verstehe das Problem nicht. Weil es eine ganz logische Sache ist. I really like you. Do you want me? Do you want me? Das Problem liegt im Niemandsland. Ja, siehste? Aber ich glaube nicht mal, dass das ein großes Problem darstellt. Ein so großes Problem, wie man immer sagt. Ja? Wo gehörst du hin? Und wo gehörst du hin? Okay, wo du hingehörst, haben wir jetzt rausgefunden. Aber wo gehörst du hin? Du bist so schön blau. Also du musst irgendwo da oben hingehören. Nur wo? Sag doch mal. Weil das ist Quatsch. Vielleicht ist auch das Teil da falsch. Das wäre jetzt ein Knaller. Nee, geht nicht. Aber das scheint offensichtlich dahin zu gehören. Sekunde mal. Ja, es scheint offensichtlich dahin zu gehören. Aber das, was da dran ist, gehört nicht dahin. Ich kriege zu viel. Geh, geh da weg! Alleine, dass sich das so verkantet, das kann nicht sein. Entschuldigt. Geht hier gleich weiter. Das ist es auch nicht. Egal, es passt zusammen. Also lasse ich die Randteile jetzt erstmal da oben liegen. Habe ich wieder Probleme oder es macht Twitch wieder drararar? Huch! Bin am Wegrollen hier. Also man merkt richtig, da steht Orange Puzzle drauf und ich muss hier mit Gewalt an den Puzzleteilen rumtütteln. Möchte ich kurz erwähnen. Für die zukünftige Bewertung. Ah, Twitch harviert wieder. Mal davon abgesehen auch, man kann so viele Kooperationen mit Leuten eingehen, weil sind wir mal ganz ehrlich, die Möglichkeiten sind gar viele. Wenn ich sehe, wie oft Figuja jetzt zum Beispiel Werbung macht und sich halt aktuell bewegt, dann ist das halt auch eine Art Statement. Und dahingehend würde ich auch nicht sagen, dass es unmöglich ist, sowas zu werbefinanzieren. Weil ich störe mich zum Beispiel nicht an einem Werbeblock. Also ich persönlich jetzt nicht. Ich störe mich nicht an einem Werbeblock zwischen zwei Streams oder was auch immer. Ist im Fernsehen noch genauso. Aber vielleicht bin ich da auch recht eigen. Vielleicht bin ich da recht eigen. Also ich sehe halt zumindest nicht ein, irgendwie einen zwölf Minuten Werbeblock zu machen. Ich sage nur Free ESC. Ja, ich weiß, das muss alles irgendwie finanziert werden, aber es ist halt nicht unbedingt zuschauerfreundlich. Also was ich mir vorstellen kann zum Beispiel als Werbeblock ist sowas wie dass du das Angebot der Woche von Figuja siehst, ein aktueller Trailer von KSM, Crunchyroll Werbung, Wakanim Werbung, I don't know, sowas in die Richtung. Ja, also sowas zwischen zwischen drei und fünf Minuten Werbung. Das ist so der Standard im Web. Eigentlich. Zwischen drei und fünf Minuten Werbung. Ey, da müssen wir nicht drüber reden. Das war der große Übergau. Das war der große Übergau, sowas. Das geht gar nicht. Wirklich nicht. Also sowas will ich niemals, nie, nie, niemals erreichen als Zustand. Das wirst du hoffentlich in keinem Event erleben, das ich in irgendeiner Form organisiere. Da gebe ich Brief und Siegel drauf, Möppi. Egal, wie viel Geld am Schluss irgendwie fehlt. Das wirst du nicht erleben. Warum passt die ganze Scheiße hier nicht? Könnte ja dann das sein, ne? Ja, passt ja doch, ne? Also ist für mich persönlich der absolute Übergau, etwas da zu unterbrechen. Das fand ich, also das ist auch persönlich etwas, was mich am linearen Fernsehen so stört, dass irgendwelche Folgen mittendrin mit Werbung unterbrochen werden. Das wie, äh, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber am Anfang, als die Simpsons immer nach dem Intro mit einem Werbeblock unterbrochen werden. Und damals hat ProSieben gesagt, ja, in Amerika machen sie das genauso. Das ist halt für mich, wenn ich mir jetzt überlege, also ich, ich versuche das jetzt mal wieder auf die persönliche Ebene zu bringen, ja? So gesehen, seid ihr Kunde meines, meines Kanals, ne? Oder meines, meines Web-TV-Kanals. Dann will ich, das wenigste ist eigentlich den Kunden zu verärgern, dass er sagt, ich gucke mir den Scheiß nie mehr an. Und das ist halt, da ist halt auch so ein Faktor, dass du den Leuten kommunizieren musst, hey, Leute, das muss irgendwie finanziert werden und dazu brauchen wir halt Werbung. Aber, es ist was anderes, ob du es denen halt einfach verständnisfrei aufdrückst oder ob da halt wirklich was dahinter ist, ne? Weil, wenn du erklärst, das ist nötig, dann wird es vielleicht zu 50% verstanden, ja? Zu 50%, sage ich jetzt. Vielleicht. Und dann auch nur vielleicht. Passt das? Passt doch nie im Leben. Aber du kannst halt nicht hingehen und kannst irgendwas mittendrin unterbrechen. Was zu einer Art Verlust für den Zuschauer führt, ja? Wie zum Beispiel gerade bei dieser Speedrun-Geschichte, finde ich, ist das halt sehr, sehr markant dann. Und im Endeffekt verpasst der Zuschauer durch diese Aktion halt etwas, was er so nicht wieder aufholen kann. also prinzipiell nicht wieder aufholen kann. Ne? Und das ist halt etwas, das kannst du medial halt so nicht machen. Also solltest du generell nicht machen. Und jetzt möchte ich bitte nochmal ganz kurz festhalten, ich habe das alles in keinster Art und Weise studiert oder was auch immer, das ist rein tatsächlich mein Konsumverständnis, was ich in diesen Jahren irgendwie versucht habe zu erarbeiten. Von dem übrigens immer wieder gesagt wird, ich habe keine Ahnung. Ich sage nicht, dass ich alles weiß und ich sage auch nie, dass ich alles richtig weiß und so, aber es ist halt merklich auffallend und genauso würde ich das halt auch handhaben wollen, wenn es zu so etwas wie einem Sender kommen würde. Weil ich persönlich würde mich sehr darüber freuen, wenn es ein, ein, ja, wie sage ich denn, wenn es eine Art Sender gäbe, die sich sehr, sehr stark an, an so eine Japano-Kultur richtet. Und damit meine ich jetzt, wo es halt nicht nur um Animu geht. Wieso passt das hier nirgends? Wo es halt nicht zwangsläufig nur um Animu geht oder so, aber wo halt für jeden was dabei ist. Musik, Animu, Mango, alles. Halt, in irgendeiner Form. Und auch ohne, dass wir es Animu und Mango nennen, weil wir sind nicht die Dokomi und schimpfen und selbst die ganze Zeit weeps und tralala. Das ist nichts, was in den freien Konsum gehört. Also in diese, ne? Weil du willst es ja für Leute verständlicher machen, die keine Ahnung davon haben. Und more Accessibility. Also das, was ich beim Speedrunning gemacht habe. So, genau den Scheiß, den ich jetzt erklärt habe, das habe ich dann elf Jahre mit Mundflow probiert. Na, herzlichen Glückwunsch. So, geil. Guck mal, jetzt muss man nur noch die Teile obendran klatschen und dann haben wir endlich den richtigen Rand. Entschuldigt, ich muss mich wieder über euch beugen. Oder wie auch immer. So, dann gucken wir mal, wie das dahin gehört. Ich schiebe das mal zur Seite, dass ihr es vielleicht irgendwie ein bisschen seht. Guck mal, das gehört schon mal dahin. Das ist ja schon mal ein Zustand. Macht jetzt extra auseinander, damit wir die einzeln haben. Und dann probieren wir mal genau so, wie sie da reingehören. Nö. Nö. Was mache ich eigentlich, wenn die Teile nirgends passen dann? Dann habe ich ein Problem. Gut, dann bleibt das erstmal außen vor. Das muss eins sein, was links die Lücke hat. Also Tasta. seit wann läuft hier solche Musik. Vor allem, wie ich halt einfach fünfmal das gleiche Teil habe, what the fuck. So, so, damit wäre jetzt der obere Teil erledigt, heilig, scheiße, so, Mann, das ist doof, Hide, was ist denn da los? Alter, ne, ich hab nix, hier hab ich wohl die Funktionsprogramm angeboten, ach ja, hey. So, Mädels, guckt mal, wir haben eigentlich den kompletten Himmel, haben wir erledigt. Das ist ja schon geil. Ja, äh, die Xerox-Scanner waren auch die, die irgendwelche falschen Zahlen irgendwie scannen oder so. Ich hab da mal, ich hab da mal irgendwas vom Chaos Computer Club gesehen. So, also auf jeden Fall haben wir den ganzen Himmel, das heißt, jetzt kann ich mich so ein bisschen um die Pagode kümmern. Das ist ja, äh, Schnieke. Können wir das anhimmeln? So, wie mach ich das jetzt? Ich leg das erstmal da hin. Und dann versuchen wir mal, die Hütte zusammen zu friemeln, ne? Okay, so muss das sein. Das heißt, das ist auf jeden Fall von diesem Getüttel da. Ich wusste doch, ich hatte da irgendwas in Erinnerung. Ich hab' ich wieder einen halben armen Ohrwurm haben. Aber warum soll's euch besser gehen als mir? No more, bon night to get lucky. No more, bon night to get lucky. No more, bon night to get lucky. Bon night to get lucky. Bon night to get lucky. Genau, trau' keinem Scannen, den du nicht selbst gefälscht hast. Jaja, genau das. Genau dies. Vor allem wie Max das so präsentiert, ne? Klang das wie, sie kennen ihn aus Filmen wie Sprengung von Gullydeckel bei Niedrigwasser 1, Sprengung von Gullydeckel bei Niedrigwasser 2 und wenn der Scanner verrückt spielt. In etwa so hat Max das von meinem eigenen Gefühl her angepriesen gerade. Halbasko ist mich nur noch nicht so schön die Ball night to get lucky. Anorian** One more night to get lucky. So am besten Das hatte ich heute schon zweimal in der Hand, das Scheißding. Ein neuer Sat.1 Film-Trail, ich weiß nicht. Ja, damals saß ja sowieso irgendeiner bei Sat.1. Und dann wurde ja, wurde mit Sicherheit gefragt. Sag mal, wir brauchen noch, wir brauchen noch ne Idee. Hier hat jemand ne Idee, wie man, wir brauchen noch so nen Titel für, wenn wir Spielfilme zeigen, weißt du. Und dann, da hatten sie da halt jemanden sitzen, der halt, der hat halt so ein bisschen gestottert. Er hat dann gesagt, wie wär's denn mit Film, Film. So war der Sat.1 Film-Film geboren. Und wer jetzt noch weiß, dass das aus der Wochenschau geklaut ist, der kriegt einen Keks. Für Selbstabholer natürlich. Das hat einen Film-Film. Ja. damals war es früher früher war damals ihr wisst was ich meine früher mal früher war auch mehr damals als heute was zur hölle rede ich wieder für eine scheiße heute immer wieder bei rock set ist das etwas was hier oben hingehört der sat 1 film film wenn das mit film nicht so böse auseinander gegangen wäre ich hätte mich sehr gefreut so einfach so ein sat 1 mockup also mockup zu bauen wo halt anstelle von film film halt einfach phil phil drinsteht als ankündigung lustig gewesen aber hey ich davon überzeugen dass es nicht so abgelaufen ist mal laut wahrscheinlich aber ich muss es muss wahrscheinlich genauso abgelaufen sein also mich kann davon auch keiner überzeugen es nicht so war eindeutig wirklich also ganz ehrlich kekfe kekfe wo ja naja wenn du vorbeikommst habe ich bestimmten keks also gut meiner meiner aktuellen ernährungsweise nach vermutlich nicht aber ich werde sicherstellen dass keks im haus sind kekfe da jetzt das aqua gift einfügen wo sie am kauen ist ne für alle die sie übrigens noch nicht gesehen haben mein aqua cosplay ist jetzt vollständig ich habe es jüngst auf twitter gepostet ich hoffe euch gefällt rach set hier schlinge was ist los sekunde mal eben mache ich hier die ganze zeit schon ein paar laver macht ihr hier wieder kram im discord weißt du woran man merkt dass man schon dass man schon zu sehr zu zu sehr zu lange lebt ja früher hieß das bei uns karstadt und kaufhof und jetzt schließen karstadt kaufhof häuser ok nehme ich hin in meiner zeit gab es noch quelle so aber kekfe gehen immer ja scheiß auf ernährung kekfe ok für früher gab es halt noch quelle möchte mich dafür entschuldigen ja dass ich aus einer zeit komme in der es quelle gab aber man weiß ja nie ich vom vom gefühl her ist es schon mindestens zehn jahre her also vom gefühl aber es ist auch nur so ein gefühl was das geil es hat wirklich nur ein gefühl wir haben die kleine quellelädchen mit dem pfennig sen da vorne bei uns gibt es auch noch einen laden wo ähm wo halt auch einfach noch das quelleschild dran hängt früher war auch mehr quelle und netto wie hieß denn netto vorher plus genau plus oder wie wir immer sagten plü und wie hieß denn oh Gott wie hieß denn weil teilweise sind auf den getränke schlecker ja früher ne teilweise steht ja immer noch ihr müsst mal drauf achten wenn ihr mal bei netto einkaufen seid ja und dort so getränkesechser organisiert ja die haben immer noch den bedruck den druck von damals aus dem plus da steht nämlich teilweise auf den getränken plu obendrauf ich mich neulich noch mit jemandem drüber unterhalten ich überlege gerade was was vorher bei uns im edeka drin war das war auch so ein joke bei uns das war auch eine kette die nicht so lange gehalten hat ja warum denn netto jeder braucht süßigkeiten das ist eine zeit in der man süßigkeiten braucht sind wir mal ganz ehrlich und ich jetzt nicht so direkt aber ne ich gönne es jedem ich gönne jedem süßigkeiten der es gerade nötig hat denn sie dreht sich dreht sich dreht sich dreht sich mit den haaren im wind wie die andere zeit solange jemand geil gespielt auch es könnte wirklich sein dass es der intermarché war ich muss also das muss ich wir müssen zeitig schluss machen heute ich muss meine mama fragen was da vorher drin war sonst wird mir das wahrscheinlich heute nacht keine ruhe lassen ich kenne mich ich bin leider so gestrickt glaube ich und sie verdient sich und sie verdient sich der musik äh da ist irgendwas blaues zusätzlich und sie dreht sich 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 mit den haaren im wind du fragst dich doch per whatsapp ja das wäre auch eine möglichkeit das wäre tatsächlich wäre das eine möglichkeit an die ich tatsächlich in meinem kopf nicht gedacht habe Max du schlauer fuchs was wäre ich ohne dich ohne dich wäre alles wölkchen oder sowas der vorläufer von real war all kauf gibt's walmart noch gibt gibt's walmart noch gibt's bei uns in deutschland noch walmart oh machen wir jetzt grad eh weißt du jetzt machen wir grad Asbach uralt musik können wir uns auch über Asbach uralt themen unterhalten okay ist nicht doof wenn irgendwann Izzy auf die Idee kommt irgendwie zu raiden oder so und diese ganzen neumodernen kiddies keine ahnung haben wovon die reden das würde uns schon ein bisschen belasten glaube ich wovon die wovon die wovon die denn noch keine ahnung ja auch das ist wahrscheinlich wahr wovon die wovon die glaube ich hauptsächlich ein real verkauft ja ich muss mich nämlich immer daran erinnern weil bei uns in Landau da gab es ein real ne äh was war denn da vorher drin ich weiß nicht mehr genau, ich glaube es war ein Real der wurde dann zu Walmart und irgendwann wurde aus Walmart wieder Real oder irgendwie sowas komisches ich weiß es nicht mehr und jetzt wo ehemalig Real drin war bei uns in Pirmasens, da ist jetzt ein Kaufland drin ey das warte es ist ja nicht so, dass wir nicht flexibel wären habt ihr nun davon gehts wieder? Leben wir? Oh Twitch gehts jetzt wieder oder gib mir mal Feedback ok dankeschön ok war bestimmt Twitch der Natur hello also ich bin wieder flüssig hier ich hab mir mal nebenbei den Stream aufgemacht um nachzugucken beweg dich mal ich puzzel ich starte den Stream nochmal neu rein vor vor euch und auf eu auf und eu auch und e e ich komme aus einer zeit da gab es euro spar noch ich habe einfach mal neu gestartet nur zur sicherheit entschuldigt bitte ich weiß nicht was da heute los ist es nervt mich ich würde sehr sehr gerne irgendwann mal das könig der löwen musical gucken das meine ich ernst aber ich habe keinen der mit mir hingeht ich wüsste auch momentan nicht wie hinkommen aber aber es geht ja jetzt nicht wegen korona jetzt haben wir das problem ja dass ich jetzt erstmal wieder auf die playlist muss kann es sein dass ich wieder sachen wiederholen als ja tut es mir leid so 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 Das war's. 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 Das weiß ich auch nicht. Also das ist echt komisch. OBS zeigt keine Frame Drops an. Aber ich sehe ja prinzipiell über NDI, auf dem NDI Monitor, was OBS ausgibt. Und da gibt's dann auch irgendwelche Ruckler. Ich weiß also nicht, wo genau das daran liegt, aber es wird, glaube ich, wirklich Zeit, dass ich meinen Rechner neu aufsetze. So, äh, so, äh, ja, ich wäre natürlich auch sehr bereit, ähm, ein Crewausflug zu machen. Das Problem ist, wo übernachten wir dort? Ja, Hotel wahrscheinlich. Könnte das hierhin gehören, ne? Könnte das hierhin gehören? Ah ja, guck mal an. Ich hab' ich hab' in die Hamburger Hotelbranche. Ist das der Punkt, wo ich sage, ich stelle keine Fragen, euer Ehren? Wir nehmen den Wohnmobil, als ob. Wo hat denn der das ganze Holz gelassen? Das hat doch nicht alles, oh Gott. Das heißt, er hat gar nicht alle Teile raussortiert, dieser Schlingel. Ein Wohnmobil. Ich glaube, es hackt. Da kriegst du doch keinen dazu. Ein Wohnmobil. Wer soll denn das Ding fahren? Oh Gott. Du meinst? Es ist jetzt nicht, dass ich was dagegen hätte oder so. Ich meine. Warum nicht? Also. Also, das müsste wahrscheinlich ganz außen sein. The Streets. Ja, also mit dem, was wir hier liegen haben, kriegen wir so schnell keine Pagode zusammen, habe ich das Gefühl. Aber das muss alles hier vorne sein. The Streets. Ich habe da absolut keine Komplexe, mich da irgendwo hinzuschmeißen und zu pennen. Das sollten alle mittlerweile wissen. Guck mal, das muss dann hier ganz drüben sein. Weil da ist gelb zu sehen. Weil da ist gelb zu sehen. Das muss also von außen sein. Ich habe momentan noch gar keine Ahnung, wie wir, wie wir das Ganze jetzt angehen können. Aber wir müssen wahrscheinlich jetzt mit dem Dings, äh. Jetzt haben wir natürlich wieder Manic Monday. Äh, Manic Monday. Was mich daran erinnert, wir müssten das wahrscheinlich dann koppeln an ein, ähm. Denn ich, äh, habe ja noch eine Einladung für die Rocket Beans. Also bei den Rocket Beans. Das heißt, ähm. Ich müsste da dann halt, ich bin dann wahrscheinlich abstinent für, für, ne? Ich bin überhaupt noch froh, dass es Leute gibt, die diese Musik kennen. Aber nicht drüber reden. Naja, guck mal hier. Gehört ja wahrscheinlich so. Dann machen wir mit dem Rest eine Hamburg-Tour. Also, es kommt halt drauf an, ne? Also, ähm. Vielleicht darf ich ja wen mitnehmen. Und falls meine Idee ja in irgendeiner Form bis dahin ein wenig aufrecht steht. Dann ist es wahrscheinlich nicht schlecht. Vielleicht kann man ja mit den Rocket Beans ein wenig kooperieren. Aber die Rocket Beans machen auch nicht wirklich irgendwas in eine Animu-Manga-Richtung, ne? Animu und Mango. Also, was wir aus diesem Gespräch herausziehen, ja, ist, dass uns Alex jetzt schon mehrfach darauf hingewiesen hat, dass er in Hamburg wohnt. Also, falls ihr das bei YouTube, auf dem neuen YouTube-Kanal, ja, seht, Alex wohnt in Hamburg. Hm. Achso, es sind ja jetzt mehr Leute da, ne? Und zu eurer Information, ich wurde ja mehrfach gebeten, ähm, dass ich mir doch, dass ich doch in irgendeiner Form, ähm, die Streams, die Puzzle-Streams. Ah ja, und Alex kommentiert Wrestling-Matches, ja, das ist wichtig. Ähm. Es ist wirklich wichtig, ja, dass ihr wisst, dass Alex auch Wrestling-Matches kommentiert. Ich finde, ihr solltet das wissen. Ähm. So, nachdem wir uns sehr, 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 sehr lustig gemacht haben, ja, über die Art und Weise, was hier wieder für Dinge passieren, reden wir doch einfach nochmal über den YouTube-Kanal. So, pass auf. Was hat dir der Teufel gesagt? Ich wurde ja mehrfach gebeten, zu gucken, ob ich nicht in irgendeiner Form meine, meine Puzzle-Streams, ähm, ähm, auf YouTube, irgendwie hochladen kann, oder, ähm, ob ich vielleicht diese älteren Streams mit André, die ich gemacht habe, für Echo, ähm, in irgendeiner Form auch hochladen kann und so Sachen, die zwischendrin stattgefunden haben. Ähm, ich habe vor dem Streamen einen extra YouTube-Kanal eröffnet, für meine Inhalte, in Anführungszeichen. Den findet ihr da unten in den Panels, ist er verlinkt, ja. Da steht jetzt, müsste jetzt stehen für euch YouTube, dann Amina True, und wenn ihr da draufklickt, das ist der neue YouTube-Kanal von meine eine. Da werde ich dann auch in Zukunft wahrscheinlich tatsächlich, weil ich auch von einigen darauf angesprochen wurde, auch Let's Plays wahrscheinlich hochladen, ähm, und auch die Sachen, die ich bei der Crew gemacht habe, verlinken in Playlists. Ähm, das heißt, wenn ihr euch, ne, wahrscheinlich auch Vlogs und die Wander-Streams kommen da auch drauf, aber wenn, also wenn ihr euch in irgendeiner Form für, für Content interessiert, den ich mache, dann könnt ihr diesen YouTube-Kanal abonnieren. Würde mich auch sehr freuen, wenn das zahlreich gemacht wird, dann darf ich mir nämlich meinen eigenen Namen bei YouTube sichern. Wäre ganz cool. So. Da werdet ihr dann wahrscheinlich auch des öfteren Inhalte zum Gucken sehen. Die Rocket Beans sind halt sehr Mainstream-Westlich orientiert, wenn es nicht gerade Final Fantasy ist, wird es, ja, ja, hm. Und genau das will ich ja anders machen. Ich weiß, dass natürlich da entsprechend die Zielgruppe kleiner ist, aber man muss es einfach an die Zielgruppe ranbringen. Umso wichtiger ist es, dass wir am Schluss Mund-zu-Mund-Propaganda machen. Und das ist nichts Versautes, sondern das ist halt wirklich wahrscheinlich nötig. Ja, also ich werde da halt, ähm, werde da halt die ganzen Sachen nochmal überarbeiten. Das braucht nämlich Zeit, ähm, das braucht nämlich Zeit, dass ich da auf jeden Fall noch die ganzen Streams so bearbeitet kriege, dass ich die Musik rausgetüttelt habe. Ich nehme das ja immer auf eine komplizierte Art und Weise auf, dass ich da die Musik rausgetüttelt habe und ausgetauscht habe. Deshalb gebt mir da noch ein paar Tage Zeit, um die Streams da zu aktualisieren und hochzuladen und tralala. Dann findet ihr die auch auf dem, auf dem Kanal, den ich euch gerade genannt habe, der da unten in der, in den Panels drin steht. Er ist, wie gesagt, ganz, ganz neu. Deshalb ist da auch noch nichts drauf. Aber das habe ich auch wirklich nur gemacht, weil ihr mich drum gebeten habt, ja. Also, falls ihr zu den Menschen gehört, die mich drauf angesprochen haben, freut euch. Denn, äh, kümmere mich sehr, sehr gerne um meine Zuschauer und meine Community. Ja, ich hoffe, ihr wisst das. Die Beans haben hier in meiner, in meiner Stammkneipe gedreht. Game2Bend, ach. Ne, zum Beispiel, ich schätze ja auch sehr, was Gregor zum Beispiel macht. Ja, aber es ist halt auch einfach, es ist halt auch einfach nur Gregor. Ich habe halt nicht so das Gefühl, dass da halt irgendwie groß immer was draus wird. Also, ich habe da tatsächlich die Hoffnung aufgegeben, dass wir, dass wir Animo, Animo und Mango Fans jemals, in irgendeiner Form was kriegen, was für unsere Zielgruppe gedacht ist. Umso mehr möchte ich mich da reinknien. Dass man da halt einfach auch Dinge schafft, Orte schafft. Und es gab mal einen kerklichen Versuch von der ProSiebenSat.1 Media AG. Das hieß J-Mac. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen noch was. Ja, der Christian Allmann war da damals, ähm, war da damals Moderator und Mikiko Ponczek, glaube ich. Beides Zeichner. Und da hattest du halt auch einfach das Gefühl, dass die halt auch über gewisse Themen, über die sie geredet haben, absolut keine Ahnung hatten. Also wirklich keine Ahnung hatten. Und das, äh, hat nicht dazu beigetragen, dass das in irgendeiner Form gut war. Ja. Dahingehend, ähm, war es halt abzusehen, dass das Ding halt brennt. Weit übers Meer. Und seitdem gab es halt in keiner Form mehr irgendwas in die Richtung, ja. Und ich bin halt der Meinung, dass, äh, also jetzt überlegen wir mal tatsächlich, wie die Beans angefangen haben. Die Beans haben angefangen mit ganz viel Konserve und haben dann halt versucht, Live-Kram mit reinzubasteln. Und ich muss immer wieder dran denken, wie ich bei Studio 47 war. Da war halt einfach 75% Konserve und 25% Live-Content, ne. Und ich persönlich hab ja kein Problem damit, relativ viele Live-Stunden zu fahren, ja. Aber das ist halt... Und man muss das ja nicht komplett da drauf zentralisieren, sondern, ähm, man kann ja offen für so Nischen-Kram sein, ja. Vielleicht senden wir am Ende den Domino-Day, weil RTL den nicht mehr sendet. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da relativ viele Leute dran teilhaben können, weil sie, weil ich auch offen kommunizieren werde, dass die Szene den Content macht. Ja, das heißt, wenn Zeichner sich offen zeigen, dass sie sowas wie Live-Zeichnen oder sowas machen wollen, oder, ähm, dass wir was Regelmäßiges machen, wie so eine Art, ähm, Bares für Rares, ja. Wo man dann halt Leute einlädt, die zum Beispiel irgendeine Rarität loswerden wollen, wie, ähm, ja, diese sehr seltene, auf 300 Stück limitierte Re-Ananami-Evangelion-Figur mit einem abgebrochenen Arm. Aus dem Jahre 1864, und dann machen wir so Live-Beaten drauf, ja, sowas. Das ist wie eine Auktion damals, bei der Animagic. Das zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, ähm, ist es ein Gaming-Format, oder, ähm, I don't know, es ist... Weiß nicht, ich mein, kein... Homeshopping mit KSM? Ich hab keine Ahnung, Leute, ich muss mir das doch auch gerade aus den Fingern saugen, ja. Ich versuch nur drüber zu überlegen, was könnte man alles machen, ne. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine, ne. Also, es entwickelt sich halt mit den Ideen, die man hat, und halt mit den Leuten, die dran mitarbeiten wollen. Aber effektiv ist es halt wirklich so, es wird am Anfang ein richtiges Kreuz werden, aber richtig. Und das muss man den Leuten dann halt auch tatsächlich beibringen, dass halt nur, wenn sie es unterstützen, da halt auch mehr draus wird, ne. Rassiert sich Downy dann eine Glatze und klebt sich einen Schnauz. Das wär halt schon lustig. Wir hatten hier was ganz Tolles. Hey, Johann. Hey, Johann. Entschuldigung. War kurzzeitig amüsiert, ist tut mir leid. Es war schon ein sehr lustiger Gedanke. Lachen mehr als ich sollte, ja. Schön, aber es war schon echt lustig für einen Moment, ja. Für einen kleinen Moment war ich doch sehr amüsiert. Das ist doch nicht sinnlos, die Uhr zurückzudrehen. Also ich kann mir schon viele lustige Geschichten vorstellen, aber dieser Quatsch, den sie bei DokumiTV gemacht haben, also das war ja ein Murks, Leute. Echt. Ja, dieses Quizding, wo 400 Overlays übereinander geklatscht waren. Ja, die Idee war schon nicht schlecht, ja, aber es war halt, die Ausführung war halt kacke, ja. Worauf ich auch Bock hab, ist halt wirklich auch so ein Quizformat, wo man, wo man das zusammenspielen kann, ja. So ein Nerdquiz mäßig oder halt auch so, ähm, wie heißt das, wie Chat-Duell so ein bisschen in die Richtung, ja. Ja, dass man halt wirklich halt guessen muss, was war, was hat, was hat der Chat, what, what would Chat do, ja. So nach dem Ding. Ja, du kannst viele coole Sachen machen, aber ich würd's halt wirklich so, so, ne, Animu-Mango-Japano lassen. So als Main-Ding, aber halt schon so ein bisschen ins Nerdding ausfächern, ja. Da kannst du theoretisch noch so was wie Star Wars und so ein Trekkig-Kram mit reinnehmen und so, ja, dass man da so ein bisschen noch was hat. Ja, und so ein Pen-and-Paper-Kram, aber, ne, du musst halt, wir müssen halt Programm zusammenbringen. Und wahrscheinlich wird's auch am Anfang drauf hinauslaufen, dass wir alles aus unserer Konserve rausholen, was geht. Also, zweifelsohne. Weißt du, wir reden von Horst Lichter, ne, und der Dude von unserer Metzgerei. Der hat auch so ein Horst Lichterball, der ist ohne Scheiß gerade hier am Schaufenster vorbeigelaufen. Schön, einfach schön. So, das heißt, ich komm nicht drumrum, außer, dass ich jetzt ein wenig Pagode suche. Ey. So, wie mach ich das? Ich, äh... Das ist die Zeit. Wenn ich mir angucke, was die GSA macht, und das, ich weiß, das hat jetzt mit Speedrunning zu tun, und nicht, nicht so wirklich mit dem Konzept, was ich, was ich gesagt hab, aber, weißt du, selbst, nehmen wir mal halt wirklich an, ne, in der Nacht läuft Kaminfeuer, ja, dann ist das immer noch Content. Mit nem DJ, der vielleicht dazu Musik macht, was weiß ich denn, ja. Dann ist das immerhin Content. Das ist vielleicht nicht unbedingt der Content, den, den 100% der Leute sehen wollen, aber, da muss man die Leute ja auch erstmal dran fühlen, ja. So viele Sachen haben, haben wirklich klein angefangen, und wirklich genau so. Oh, ich erinnere mich halt an Studio 47. Studio 47. Ne, ich lass den laufen, sorry. Ne, damit müsst ihr leben. Bei Studio 47 war es halt auch einfach so. Die haben, es gab Studio 47 live, und alles drumrum war halt Konserve. Und irgendwann hat sich das Programm halt ausgeweitet, weil sie die Möglichkeiten hatten, das zu machen. Und darauf läuft es halt auch hinaus. Weil Ich könnte jetzt wieder anfangen zu hinterfragen, ja, wie ist denn, wie ist denn das GDQ groß geworden? Ja. Halt in etwa genau so. Indem sie halt, indem sie halt erstmal klein gestapelt haben und sich dann vergrößert haben. Aber das ging halt auch wirklich nur, weil recht viele Unterstützer dabei waren. Und da muss man halt auch erstmal hinkommen. Davor hab ich persönlich am meisten Angst. Weil da kickt dann wieder so diese Angst, die die halt aus Mundflurzeiten halt wieder reinschlägt. Weil die ja, weil halt eine gewisse ja, weil einfach eine gewisse Situation da war, wo die Leute, wo es einfach nicht an die Leute kamen. Weil es einfach nicht an die Leute kamen. Oder weil weil einfach nicht genug Mund-zu-Mund-Propaganda passiert ist. Und das ist halt ein großes Problem. Und das, da dürfen wir halt nicht reinschlittern. Das ist alles. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ob Alex das beurteilen kann, wie das hier mit dem, mit der Wrestling-Geschichte aussieht. Tantrum! Also wie gesagt, ich weiß ja jetzt nicht, ob Alex da irgendwie jetzt für diese Wrestling-Geschichte sprechen kann oder so, aber das ist halt auch, glaube ich, irgendwas, das muss da halt auch erstmal groß werden. Tantrum! Und jetzt alle! Und ich habe so das Gefühl, dass mit so Connections wie zum Beispiel das mit den Loot-Bürgern oder so, dass das halt schon durchaus helfen kann. Weil das sind, also wenn ich mir angucke, was der Lottie zum Beispiel, bitte erzählt ihm das nicht, dass ich ihn hier lobe, ne? Wenn ich mir halt anschaue, was der Lottie halt einfach auch sich für einen Aufwand macht, zum Beispiel für den Lottie-GP, ja? Mit diesem Trailer und der ganze Kram, weißt du? Du könntest das halt einfach so machen, aber man will halt was Gescheites dahin zaubern. Und das imponiert mir persönlich sehr, 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 sehr stark. Weil man auch daraus vielleicht ein Event machen kann. Weißt du, so ein, so Bi, wie sagt man denn, wenn es zweimal im Jahr ist? Bi-Annually? Ne, das ist dann zweijährig. Zweimal im Jahr halt! Ja, genau das sage ich ja. Und du musst halt einfach nur gescheiten Content abliefern, dann klappt es halt auch mit solchen Kooperationen. Und irgendwann ist es halt wirklich so, dass du, dass an deinem Content halt keiner mehr vorbeikommt. So ist es halt eigentlich, wie es in diesem Geschäftsding funktioniert. Ja, aber da hängt halt, da hängt halt dann ein gewisses Budget dahinter. Weißt du? Also die Szene war in den 90ern groß. Mit dem Untergang der großen Hochburgen war in den 2000er Brachland und erst ab 2015 ging es wieder öffentlichkeitswirksamer los. Die Jahre dazwischen war es nicht. Ähm, wie erlebst du das jetzt selbst als, als Kommentator? Kommt da jetzt, also wie ist denn da, wie ist denn da so der Zulauf, der, der, der Zuschauer auch oder der, 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 der Menschen, die kommentieren und, und das irgendwie mitverfolgen? Ist das, ist das in der Zeit, wo du jetzt damit zu tun hast? Ist das, ist das gewachsen, merklich? Oder wie äußert sich das? Scheiße, jetzt habe ich schon wieder dieses Interview-Ding drin. Also, nee, ernsthaft, also, wenn es nach mir ginge, ich würde ja fast schon im Studio leben, ja, und, und Kram aufzeichnen. Also, da kenne ich nix. Für mich kann da, kann da ein Interviewpartner nach dem anderen gerne hingesetzt werden. Ich, ich bereite mich da vor und dann, dann nailen wir das alles auf Band und dann verwurschten wir das Ganze. Da kenne ich nix, wirklich. Es ist nicht, dass wir das halt auch auf der Doku-Me 2018 so gemacht haben. Ja, da haben wir uns hingesetzt und haben einfach, da haben wir Interviews gemacht. Interview nach Interview nach Interview nach Interview nach Interview nach Interview nach Interview. Und wir durften Max die ganze Zeit ins Ohr brüllen. Max, darf ich erwähnen, dass es großartig war, dass du das gemacht hast zu dem Zeitpunkt. Das hat unglaublich geholfen. Oh ja, und das ist übrigens auch noch was, was ich gerne ansprechen wollen würde. Ähm, da, also, wir haben immer mit Leuten gearbeitet, die irgendwie eine Faszination für dieses Thema hatten oder sich ausprobieren wollten. Und, ähm, ja, ich würde sehr, sehr gerne, dass wir das auch weiter so behalten, weil ich will den Leuten die Chance geben, dass sie sich medial ausleben können. Ja, und halt eben so Geschichten machen können. Und teilweise waren halt diese Amateure, die geilsten Kameraleute schlechthin. Aber ehrlich. Zumindest durfte mir Max aufs Ohr sagen, dass die Messer scharf sind. Diesen Satz werde ich niemals vergessen. Weil er halt einfach so schön war auch. war doch schön. Haben wir alle, haben wir alle was rausgezogen, Max. Toll. Ich fand das gut. Wir hatten Spaß. Ja, wir hatten Spaß und wir haben coolen Content produziert. Darum geht's doch. Äh, ha, wenn dir das zu viel Tipparbeit ist, Alex, ach so, hast du schon geschrieben. Dann tut's mir leid. Früher gab es ja, jetzt gibt es, gibt es immer mehr eins zu nehmende Ligen in Deutschland. Ich würde sagen, dass es fünf große Hotspots in Deutschland gibt und mehrere kleine Orte. Großes ist es in Hamburg, Dresden, Frankfurt, Berlin und Oberhausen. Hatten wir uns nicht mal darüber unterhalten, ob das Live-Übertragungen und sowas sind, weil du, weil du mal erzählt hast hier mit Live-Commentary und sowas? Ich mein, ich, ich kann jetzt für mich halt persönlich immer nur von Live-Inhalten sprechen, weil wir halt wirklich immer nur Live-Inhalte gemacht haben. Ein Banküberfall. Du siehst immer und überall. Von daher kann ich da, ne, das wäre mal, wäre mal für interessant für mich, einfach so als eine Art Einschätzung, ähm, wie das, wie das gewachsen ist. Ja, war einfach göttlich. Heidet sich, blutet wie Sau. Ja. Ja. Das war es wirklich, also gottgleich. Es war, das ist für so Momente, ohne Scheiß, für so Momente lebe ich diesen, diesen ganzen Quatsch. Das ist genauso wie mit dem Jenga, ja, als Downey da Ewigkeiten rumgemacht hat und dann halt einfach in einem Ruck diesen Stein rausgezogen hat. Das, das waren halt Momente, weißt du, für so Kram lebe ich, für so Kram mache ich das. Für mich war auch schön die Szene, wie halt Germans reingelaufen ist in das, in das ganze Set und, und trotz der ganzen Scheiße, die da irgendwie durch Dave fabriziert wurde und tralala und mit allen verschiedenen Also, da gibt es gar keinen richtigen Konsens, dass das halt, ähm, dass das halt irgendwie grundsätzlich so ein Livestream-Ding ist oder so ein Auf-, ne, so ein Sendeding, sondern das ist halt wirklich, jeder, jeder macht da momentan, was er irgendwie will. Also, praktisch so, wie ich es mit dieser ganzen Livestreaming-Geschichte mit Kons erlebe. Okay, gut. Ja, war mal interessant zu wissen. Okay, gegen, also nochmal eine andere Frage. Frage in diese Richtung. Gibt es im deutschen Fernsehen irgendwas, was sich mit deutschem Wrestling beschäftigt? Oder seid nur ihr als, als Online-Mannschaft da praktisch die, die, die Quellen-Geber? Da ich halt jetzt nicht in dieser Szene drin hängen, interessiert mich das jetzt wirklich, dass ich da mal so gerade so ein bisschen so ein Overview kriege über das, was da, was da so anliegt. Ich sage jetzt nicht, dass ich da mich einmische oder was auch immer, aber es ist halt interessant zu wissen mal. immer und überall. Banke befallen, immer und überall. Immer und überall. für Sachen, die sie machen. Ja, wünsche dir viel Spaß beim Kotzen, komm aber bitte wieder. Weil das wirst du nicht erleben, dass, dass, äh, German zu mir ins Studio kommt und, und dafür auch noch Geld bezahlt, um dort ein Event zu machen. Wir sind bei Country angekommen, da bin ich immer ein bisschen, es gibt immer mal wieder Berichte, in der anderen, zwei, drei Seiten sind, gab es wohl Gespräche mit Lokalsendern, aber nein, im breiten TV-Bereich finden, finden nicht statt. Die ProSieben-Gruppe braucht immer mal wieder einzelne Leute, das war's aber meines Erachtens. Das heißt, da ist halt absolut, da ist, da ist null, null auf der Grundlage von, von wirklich, von wirklicher Ausstrahlung und, also da gibt's nix. Das heißt, wenn ich mich jetzt dafür interessiere, habe ich, dann, und mich informieren will, dann habe ich nix halbes und nix ganzes. Sehe ich das richtig? Also, berichterstattungstechnisch und, wenn ich mich jetzt einmal mal vor meinen Fernseher flätzen will und ich rede auch jetzt von, von Online-Angeboten, ne? Also, das geht für mich jetzt mittlerweile gerade einher, ja? Das heißt, ich kann mich jetzt einfach mal irgendwie, keine Ahnung, zu einem, seinem Wettkampftag vor dem, vor dem Fernseher hocken und, und kann mich da, kann mir da nicht mal einen Alex geben, der gerade Live-Kommentary macht für einen Wrestling-Kampf. Das ist schon ein bisschen traurig. und dabei ist jetzt die Wrestling-Szene vom Gefühl her größer als die Animo-Mango-Szene. Das macht mich ein bisschen traurig. Ja, gut. Wir könnten ja mal Gespräche führen ab einem gewissen Punkt, wenn es da nichts gibt. Das kann doch nicht wahr sein, dass es dazu noch keine auf die Idee kam, zu sagen, ja, da ist doch bestimmt Bedarf. lasst uns doch mal, lasst uns doch mal was Mediales draus machen. Das kann doch nicht wahr sein. Also jetzt mal ehrlich, das ist ja, also ein bisschen, ein bisschen stoße ich da jetzt auf Unverständnis, offengesprochen. Das klingt aber auch wieder nach nix halbem, nix ganzes. Also ich will ja, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht irgendwie den ganzen Kram schlechtreden. Das ist das Wenigste, was ich will. Ich will gerade tatsächlich mal so ein bisschen ausloten, wie das ist. Weil für mich ist das zum Beispiel auch gar nicht unwichtig, wenn ich jetzt zu dieser Wirtschaftsgesellschaft Zeug, Bimmel hingehe, damit ich halt sagen kann, so, ja, da gibt es, es gibt in anderen Bereichen gibt es auch solche Online-Angebote und die sind so und so und tralala. Weil so kann ich als Vergleich wirklich nur hingehen und kann sagen, ja, es gibt da so einen Kanal, der heißt Rocket Beans TV und die machen halt auch so Kram und tralala und wir haben halt ein Haus gekauft und produzieren da drin und, also wenn ich halt mit anderen Nischen Dingen hausieren gehen kann und kann halt sagen, ah ja, da gibt es Dinge, dann ist das halt natürlich ein wenig glaubwürdiger, aber so ist das ja, hm. Eigentlich auch ein wenig schade. Und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es an einem Know-how oder sowas scheitert. Das Problem ist jetzt, mit mir hast du jetzt jemanden, der, der halt im Prinzip sich über so Kram denkt, ähm, was kann denn daran so schwer sein? Verstehst du, was ich meine? Ich meine, du brauchst ja nur eine grobe Vorstellung, wenn du, wenn du weißt, okay gut, äh, so sieht's im Fernsehen aus, dann versuchst du das natürlich so gut es geht zu adaptieren mit deinen Möglichkeiten. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es, dass es an einem, an einem Bildschnitt schneit, äh, an einem Bildschnitt scheitert, ja, und, und der Einspeisung eines, eines Kommentars, ne? Okay, nehmen wir mal deine Argumente jetzt, ja? Also, es gibt definitiv Lösungen für Internetanbindungen und das ist zum Beispiel dieses Live-Use-Set, ja? Das ist übrigens auch etwas, was ich für die Firma unbedingt organisieren möchte. Ähm, und die Technik, da brauchst du dann eigentlich nur einen Partner, der diese Technik oder diese Produktionsgeschichten einfach auch ermöglicht, ne? Also, in meinem Kopf funktioniert das gerade so, dass da lediglich Leute sitzen müssen, die eine Vorstellung davon haben, wie das Endprodukt aussehen soll, und alles andere muss einfach kompetenzmäßig vor der Kamera funktionieren. Das heißt, die, äh, ein Moderator, der das Ganze einleitet und dann an den Kommentar übergibt oder was auch immer, ja? Und Bäm! Und das dann halt schön auf eine Plattform drauf zu knallen. Aber so gesehen gibt es auch kein, 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 ähm, kein Portal scheinbar, wo das alles zusammenläuft. Sonst hätte ich davon ja bestimmt auch schon mal gehört. Gott, ich klinge so furchtbar, wenn ich, wenn ich so über Kram rede, ne? Aber das liegt halt wirklich daran, dass ich erfahrungsgemäß halt, halt viele unmögliche Dinge schon möglich gemacht habe vor so vielen Jahren, wo Leute gesagt haben, das geht nicht. Als mir vor elf Jahren jemand gesagt hat, du kannst doch nicht aus einer, aus, du kannst doch nicht von irgendwo aus einer Schule ne, ne, das geht doch gar nicht. Ich hab den Kram angeschlossen und hab's gemacht. Also, schwierig. Ja, also wie gesagt, ich will jetzt nicht schlecht reden oder irgendwas in die Richtung. Das ist halt für mich immer so ein, so eine Art Auschecken. Also nimmst du mir bitte bloß nicht übel. Achso, der Ringsprecher. Ja gut, aber würde der Ringsprecher auch die Übertragung anmoderieren? Ist das so? Ich kenn das halt nicht so. Also, ne, also sagt der, sagt der, herzlich willkommen hier zu keine Ahnung, WrestleMania 93 aus Berlin. Mein Name ist Karl Rupprecht und heute Abend sehen wir vier fantastische Kämpfe. Und tralala. Ich hab doch keine Ahnung, Alex. Das war jetzt auch einfach nur so, ne, dahin gequakt. Was glaubst du, wie lange Wrestling bei mir her ist? Gott, das will. Ich hab auch ne ganz komische Vorstellung von, von, von Live-Formaten und, und tralala. Ja, das ist genau wie, äh, die Situation, dass, ich der Meinung bin, dass sowas wie, ähm, wie Schlag den Raab, das ist gar nicht so schwer zu machen. Weißt du? so was wie Schlag den Raab, ist gar nicht schwer zu machen. Ja, du, du musst halt einfach nur dir über die Logistik vorher klar werden und dann, dann kann das sogar ein kleines Web-TV-Team. So dumm es klingt. Ah, okay, verstehe. Ja gut, wenn das halt so ein eingespieltes Wrestling-Ding ist, weißt du, dann musst du das natürlich auch in der Live-Übertragung so machen. Das ist ja logisch. Ich meine, ich sitze jetzt auf der Seite, wo ich sagen kann, ich habe schon, ich habe schon Konzerte erlebt aus der, aus der Regie-Perspektive. Ich habe schon, ähm, ich habe schon Theaterstücke und Musicals aus der, aus der Regie-Perspektive erlebt. Ich habe auch schon, ähm, Motorsport-Geschichten aus der Regie erlebt. Aber halt so, 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 so Boxkampf, Wrestling, keine Ahnung, aus Geschichten habe ich natürlich noch nie aus einer Regie-Perspektive gesehen, ne? Aber das kann, das ist ja relativ adaptiv. Wenn die Kameraleute natürlich wissen, zu was die Leute fähig sind und, und eine Reaktionsfähigkeit haben, dann ist das halt, dann ist das schon viel, viel einfacher, als wenn du da halt voll die Kack-Noobs an den Kameras stehen hast, da, da, da braucht man gar nicht drüber reden. Ich sage nur, dass es möglich ist. Ich gehe schwer davon aus, dass auch die Leute bei euch da wissen, dass es möglich ist, aber halt einfach nur nicht wissen, wie. Ich will mich jetzt um Gottes Willen auch gar nicht da einkaufen oder so. Ich meine, ich habe ja selber meine Brötchen zu tragen, also meine Brötchen zu tragen. Aber du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Das ist halt, wenn ich mal eine Produktionsfirma bin, dann können wir immer noch drüber reden, ne? Aber da muss ich erst mal hinkommen, aber das geht halt auch nur mit Unterstützung, mit der Unterstützung, von der ich vorhin gesprochen habe und damit meine ich jetzt nicht Geld. In God Company. Da ist dann halt jetzt sowieso die Frage, ne? Ist dann halt, ist überhaupt ein Bedarf für Live da, ne? Da wir zum Beispiel bei Cons gemerkt, wenn du da einfach nur einen Livestream vom Bühnenprogramm machst, dann ist da absolut kein Bedarf da. Null. Weil im Endeffekt, ähm, denken sich die Leute dann halt auch so, ja, das kann ich mir halt später auch nochmal angucken oder ich kann mir das woanders auch nochmal angucken, weil die führen das bestimmt nochmal auf. Aber so Inhalte, so einmalige Inhalte, die es halt in der Form so nicht nochmal gibt, ja, da sind die Leute halt immer ganz anders eingestellt, was das Thema Live angeht, ne? Gerade jetzt in diesem Moment wünschte ich, wünschte ich, Lin wäre hier. Oh, Johnny Gray! Oh, Weil ich glaube, Lin könnte verdammt viel zu so einem Thema sagen. Und dann ist die andere Geschichte halt auch, vielleicht, ja, ist da zwar jetzt kein Bedarf, aber vielleicht musst du den Leuten suggerieren, dass es dafür einen Bedarf geben sollte oder müsste oder könnte, weißt du? Ähm, du, ich hatte das gestern gar nicht auf dem Schirm, weil ich bin relativ spät nach Hause gekommen. Ich, ähm, also ist jetzt auch an mir vorbeigegangen, tatsächlich, Max. ich habe nicht auf dem Schirm, ob Flo irgendwas geschrieben hatte, tatsächlich. Stand über mich und meine Kuh, dass ich das tatsächlich nie weiß, sonst bin ich immer informiert. Gestern war so der einzige Tag, wo ich nicht groß auf irgendwelche Social Media Sachen geachtet habe, außer, dass mein Twitter explodiert ist. Möchtest du mich dann auch informieren, damit ich einfach weiß, was die Sache ist? Aus persönlichen Gründen. Ja gut, ich meine, das haben wir ja alle mal. Jetzt mal davon abgesehen, Flo ist ja jetzt auch nicht unbedingt angestellt mehr bei irgendwem, sodass er eine Sendepflicht hat. Es ist aber halt interessant, wie viele Leute sich aus Giga-Zeit da jetzt halt versammeln. Huch. Oh, ist bestimmt irgendwas, irgendwas passiert, was, also, weil ihm liegt ja sehr, sehr viel an diesen Streams, das sagt er ja nicht, das sagt er ja nicht zum Spaß, ne? Weil er ist ja auch sehr überwältigt über den, ähm, er ist ja auch sehr, sehr, sehr fasziniert über diesen Ansturm. Nach 13 Jahren kommen die Leute wegen sowas zurück, oder was heißt zurück, kommen die Leute wegen sowas irgendwie in einen Livestream. Das sind Dinge, die hat er sich halt auch nicht ausgemalt. Das ist halt schon mega geil, ne? Ich musste halt dran denken, wie halt irgendwann sich mal jemand, der aus meinem Forum oder so war, sich auf unseren Livestream verirrt hatte und da halt auch sich gewundert hat, ob das, ne? Flo ist halt echt ein cooler. Flo ist jemand, den hätte ich echt furchtbar gern damals bei Giga kennengelernt. und dann Vielleicht war die Pagode eine Scheißidee. Oh, Entschuldigung, ich bin wieder ans Mikrofon gekommen. Ja, guck mal, wie viele Teile sich da sammeln. Ich hab anscheinend am Ende weniger Grünzeug in der Hand als... Scheiße. Ja, aber wenigstens sind sie dann sortiert, ne? So. 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 Ich hab übrigens tatsächlich... Wir haben übrigens tatsächlich dieses Album gekauft, um diese Gruppe zu unterstützen, ja? Also... Die machen coole Mucke. Ja, was heißt, die machen coole Mucke? Sie machen halt Final Fantasy Mucke, ne? Ich find die Interpretationen halt teilweise echt cool. Also ich glaube, für dieses Puzzle brauchen wir tatsächlich, ja, diesmal ein wenig länger. Also wir sind Katya. Amitante. So. 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 Und wenn ich die Teile dann raussortiert habe, ist ja noch keine Garantie, dass ich den Scheiß auch zusammensetzen kann. Oh, it's from the past. Oh, ist das furchtbar. Ist das zufälligerweise das Teil, was da fehlt? Oh, Luki, Luki, Inken, Duki. Ich habe keine Ahnung, was das war und woher das kam, okay? Das war so ein Anflug von Geistesabwesenheit. Geistesabwesenheit, ich weiß ja auch nicht. Oh, Mann. Boah, der Marlboro, Mann. Das habe ich noch erlebt. Alter, bin ich jetzt schon wieder dreieinhalb Stunden am Puzzle? Ne, drei Stunden etwa, du Scheiße. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts geschafft. Naja, jedenfalls, ich habe keine Ahnung, ob das in irgendeiner Form etwas wird, was irgendwas trägt am Schluss. Aber ich habe den Drang, es rauszufinden. Und wenn ich am Schluss dieses Studio halt für Lehrfilme benutzen muss, dann ist dem halt so. Dann ist das Budget für sämtliche Lehrfilmmädchen, die ich dann einfliegen lasse, vermutlich allerdings sehr schnell erschöpft. Es gibt eine coole Band, die heißt Tanuki, die covern sau viele coole Animu-Songs. Ich muss mir abgewöhnen, Animu zu sagen. Ich weiß, dass ich damit eigentlich nur die ganzen Dokomi-Leute verarsche, aber langsam werde ich echt bresig, wenn ich das öfter sage. Die machen echt sau viel coole Anime-Song-Cover. Und die hätte ich echt mal gern Bock zum Bash oder so einzuladen. Nur wenn es nur als Musik-Act ist. Dann dürfen sie halt ein, zwei Spiele mitspielen und so, ja. Weil man schließt ja keine aus. Angel of the City. Lustig wäre es trotzdem. Angel of the City. Hm. Also ich zumindest fände es lustig. die wahrscheinlich am Ende nehme, ja. Wenn ich sie mit einem Hammer an einen Jenga-Turm stelle. Aber das hätte, dann kriegen sie nur zu hören, das hättet ihr vorher wissen, wo ihr euch einlasst. Angel of the City. Das ist glaube ich noch Pagode. Das ist recht. Das vermutlich auch. Jupp, jupp, jupp. Das ist das Dach. Das ist davor. Angel of the City. 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 Cuttenfields back home. Cuttenfields back home. Oh, wird das furchtbar. Cuttenfields back home. So. Okay. Oh, wieder schön viel Puzzlepulver. Ich muss meine Nase hochziehen. Ah, Sonne, das ist jetzt super. Echt. Schöne Scheiße. Ja, schöne Scheiße. Das ist jetzt halt sehr unpraktisch. Lass die da liegen. Ich mach die da mal weg. Einen ganzen Blödscheiß da. Legen wir mal da weg. Das grüne Zeug. Weil ich habe das Gefühl, das brauchen wir jetzt gerade in unserem Moment nicht. Mode kannfields back home. gut. Dann schieben wir jetzt nämlich den Quark mal dahin, wo er theoretisch hingehört. Und zwar da oben. Das wird so einfach. Sorry. I really, 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 really like you. Do you want me? Do you want me too? Do you want me? Do you want me too? So, jetzt fächern wir das halt alles mal ein bisschen auseinander, dass wir vielleicht zumindest annähernd sehen, was wir da eigentlich tun. Da der Weg davor gar nicht so markant ist, wie er ursprünglich aussah, würde ich sagen, alles, was wir jetzt hier graus haben, ist vermutlich Dach. Also das ist jetzt eine reine Mutmaßung anhand meiner krassen Puzzleskills, die ich jetzt in den letzten Jahren, hätte ich beinahe gesagt, die ich mir in den letzten Quartalen, äh, Qualen, ihr wisst was ich sagen will, erarbeitet habe. Really, 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 really like you. Do you want me too? Too much. Really, 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 really like you. Äh, hier muss ja eigentlich schon das Dach langlaufen, ne? Really, 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 really. Das kann schon mal nicht stimmen. Do you want me? Do you want me too? Thank you. Das ist ja furchtbar. Schiebe ich die mal noch so ein bisschen weiter nach unten. Da ist noch ein Dach. Da ist auch noch ein Dach. Do you want me? Do you want me too? Hm, 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 hm. Wo kann das sein, dass es passt? Schuhe aus, okay. Nehm ich hin. Kann ich machen Sekunde Achso ich habe es ja auch hier offen Ich habe es ja auch hier offen Danke für den Hinweis Das ist jetzt doch der Moment Wo ist Hide Letztes Mal hat Hide noch gesagt Das wäre doch Warum nicht der von Joko und Klaas Da ist er To entertain you We love Hello Hello Hallo Ich habe es ja auch hier offen Aha, aha, aha. Ich hab den wirklich nur für dich reingezogen in die Playlist, Hide. Mein Ernst. Ich konnte mir diese Schmach nicht geben, dass du es gesagt hast und ich musste wirklich zugeben, nee, hab ich nicht. Wirklich? We love, we love, we love to entertain you, we love. Braucht mir hier keiner erzählen, ich füge mich nicht dem Zuschauer in irgendeiner Form, Art und Weise. Ja. Und weißt du was, deinetwegen, oder eher zu deinem Wohl, habe ich sämtliche Modern Talking Songs rausgelassen. Stelle er sich das vor. Also aktuell, ja. Aktuell ist sie ohne Modern Talking. Ich weiß, das klingt nach Verrat, ist aber die einzig sinnvolle Methode, Wohnungsbrand im Allgemeinen zu vermeiden. Jetzt komme ich hier nicht mit so einem Spruch wie de-Abo. Also lieber doch die, ähm, lieber doch, glaube ich, die Puzzle von Fotopuzzle. Weil ich habe so das Gefühl, die, die sind so ein bisschen, die sträuben sich. Die Teile teilweise. Haha, teilweise. Haha. Weißt du, manchmal würde ich mir oft selbst gerne ins Gesicht schreien, Chris, halt doch einfach das Maul. Ich habe diese Phasen, manchmal. Der Dieter hat einen Song allein hochgeladen auf dem YouTube-Kanal und dieses Musikvideo ist gut gemacht. Ich habe Angst, auch nachzufragen. Ich habe auch Angst um meine ungeborenen Kinder, falls ich je welche kriegen kann. Werde. Ihr wisst, was ich meine. Muttert da hin? Oder Mutter hin? Ich meine, wir dürfen uns ja eh nicht werden. Der Dieter tut uns ja generell irgendwie Sachen an, die wir alle nicht wollen, aber... Ich werde halt dennoch vorsichtig. Ich habe dieses Gerücht im Internet gehört. Je mehr Modern Talking Konsum man hat, ja, umso näher geht man an das Eunuchen-Dasein. Hat das Internet gesagt? Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube ja alles, was im Internet steht. Ich habe ja auch früher nur Beziehungen geglaubt, die bei Facebook eingetragen sind. Was dazu geführt hat, dass... Egal. Ich bei anderen immer behauptet habe, ihr seid gar nicht zusammen, es steht nicht bei Facebook. Ich war ein deutlich hinterfragender Mensch. Ich habe dir mal was bei Discord geschickt. Vielleicht findest du ja auch ein bisschen Video zwischen den Effekten. Jetzt habe ich noch mehr Angst. Jetzt habe ich wirklich noch mehr Angst. Muss das sein? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, Mann. Alex, wenn ich abnippel, ne? Gründlich durchgecheckt. Und wartet auf den Start. Ich habe noch ein paar Daten. weißt du wenn du schon halt bei sekunde 6 einfach dieses dumme lachen vom boden siehst ach du scheiße ich finde das ist eine gute simulation wie die doku mir ein video machen würde am moment halt die doku macht genau solche videos wenn ich mich nicht schon für weibchen entschieden hätte würden jetzt die eier abfallen furchtbar furchtbar oh gott ich musste das gerade ausmachen nee 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 also nee alex nee wirklich wirklich nee wirklich sehe ich nicht sehe ich echt nicht all das kommt doch hier gleich mit einer kreissäge und schneid mir mein schnippe ab also also nee also echt nee wirklich nicht nee nee ernsthaft nicht nein weder heute noch in einigen jahren nein 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 einfach nein ich realisiere es gerade hä ne doch keiner sagt was warum einfach ne ist ok also ich bin schon ein klein wenig traumatisiert jetzt ja ich hoffe dir ist das bewusst aber vielleicht hast du die situation auch so schamlos ausgenutzt dass ich mich jetzt so fühle wenn mir das meine schwester geschickt hätte zum beispiel ja dann wäre das erste was ich ihr im whatsapp oder so geschrieben hätte so was wie sag mal hast du sie noch alle also exakt das wäre wahrscheinlich meine wortwahl oder sowas wie dumm oder hackt's irgendwie sowas höchstwahrscheinlich oder sowas bei eine wirklich ne wirklich nicht. Nee. Also wirklich. Alex, nee. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber Alex, nee. Wirklich nicht. Echt nicht. Sehe ich auch nicht für meine Zukunft. Nee. Was geht in Menschen vor? Ja, so fühle ich mich gerade. Wie das Lied, ja. I want to break free. Also war schon eine Erfahrung gerade. Ich weiß nicht, ob ich diese Erfahrung unbedingt brauchte, aber ich finde es gut, dass wir das Thema halt auch relativ schnell abgehandelt haben. Ich würde jetzt mal sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 hast du mich so etwa 11, aber... Bin ich gerade tatsächlich nicht mal abgeneigt? Ja, abonniert meinen neuen YouTube-Kanal. Ich habe das Gefühl, da gibt es bald Formate. Oh, I want to break free. Oh, I want to break free. I want to break free. I want to break free. Du, 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 du. Ah, ja. Leute, ich habe das Gefühl, da geht doch noch was hier. Ich weiß, ich habe vor nicht allzu langer Zeit geflucht hier, aber es... Ich habe das Gefühl, es ergeben sich doch hier Dinge. Ja, ich will, dass ihr das wisst. Ich hoffe, ihr seid froh, dass ich das mit euch teile. Ja, heute ist, ohne Scheiß, heute ist wieder einer dieser Tage, wo ich mich einfach nur frage, was ich mit meinem Leben eigentlich mache. Ohne Scheiß. Wobei man sagen muss, japanische Werbung, als wir in Japanien waren, wir haben ohne Scheiß immer die ganze Zeit durchgeschaltet, weil wir unbedingt mehr japanische Werbung sehen wollten. Und da gab es eine Werbung, von der wir immer noch nicht wissen, was sie eigentlich genau ist, da war einfach nur ein Pfirsich zu sehen, der einfach einen Fluss runterfährt. Und dann stand da eine Bär und hat dem Pfirsich gewunken. Dann gab es noch die Dominar-Hummel. Dann gibt es noch die Lotte-Fitz-Werbung, die sowieso jedem auf den Sack geht. Also generell, ne, das ist wie heute, wo du keine Ahnung hast, worum es eigentlich bei der Werbung geht oder was man dir sagen möchte. Aber da gibt es schon Perlen. Ernsthaft, da gibt es wirklich Perlen. Scheiß auf Werbung, wo das Produkt im Vordergrund steht. Ich meine, das kann ja jeder. Money, money, money. Das ist, glaube ich, falsch. In a rich man's world. Aha. Wasser, wenn du weißt, was da beworben wird. Schreib das mal auf unsere Liste. Ich hab, ich hatte, also, ich hab ein paar echt coole Spieleideen. Ich muss halt momentan noch gucken, wie ich sie umsetzen kann. Das hängt alles ein bisschen davon ab, wie ich das, ne, wie das mit den Buzzern funktioniert, ne. Da, äh, muss ich noch ein bisschen tütteln und gucken, wie das funktioniert. Und, ne, du weißt noch. Das sind übrigens auch so Geschichten, die ich sehr, sehr gerne, ähm, die ich sehr, sehr gerne dann im Studio machen wollen würde. Und deshalb ist auch schon einer der Gründe, warum wir unbedingt, ähm, Platz vorm Studio brauchen. Dass wir halt auch Spiele draußen machen können. In a rich man's world. Ich wünschte, ich könnte das mal mit dem Rand verbinden, das scheiß Ding. Entschuldigung. Weil ohne Scheiß, was das fernsehen kann, das können wir schon lange. Wirklich. Das behaupte ich nicht einfach nur so, das ist Fakt. In a rich man's world. Die, die. Aber ich glaube, bei, bei, gerade dann müssen wir Multiple Choice machen, weil, äh, ich glaube, sonst kommt da halt einfach nie einer drauf. Du, 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 du. Du, 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 du Pyktische Töte Und End STK und eine Pandemie in ein POPOPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPP pandemic deil So. ja gut es ist fällt ja alles so ein bisschen zusammen also von daher ist das jetzt ja mal nicht gerade so schlecht wie es gerade läuft i guess nee so nicht so auch nicht papa 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 so ist da ein stückchen blau drin das ist nicht blau das ist das fenster das wäre jetzt ganz toll wenn das jetzt irgendwo da unten passen würde ne tut es aber wahrscheinlich nicht weil da noch was zwischendrin fehlt ich glaube da fehlt noch eine reihe zwischendrin ach mann da kann ja gar nicht mehr so viel dazwischen gehören eigentlich die fenster sind auf jeden fall ein wenig höher das heißt da werde ich wahrscheinlich noch nichts dran kriegen wobei das keinen sinn ergibt weil wir schon gar keine dingseln mehr haben ne dingseln ihr wisst was ich sagen will dingseln halt ne bad boys what you gonna do bad boys bad boys bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when they come for you Und bad boys Ich glaube ihr habt den zweiten nicht mal gesehen Schande über mich und meine Kuh Bad boys Bad boys What you gonna do What you gonna do When they come for you What you gonna do When they come for you Stellt euch mal vor Da singt ein Inder What you gonna do When they come for you Bad boys Bad boys What you gonna do When they come for you Entschuldigung ich weiß Das war nicht okay Der zweite ist auf Netflix Das passt ja ganz gut Waffen streamt immer noch Baden-Kaider übrigens Am Tor zieht Kandidatur für CSU-Landes CDU-Landesvorsitz zurück Ach warum wohl Bad boys What you gonna do Nein Kenn ich nicht Nein Also Nicht bewusst glaube ich What you gonna do What you gonna do When they come for you Bad boys Bad boys What you gonna do What you gonna do When they come for you Bad boys Bad boys Entschuldigung Ich bin auch nicht stolz drauf Aber ich fand's lustig In dem Moment Ich sehe ich hab schon wieder Ein Link gekriegt Scheiße Warum muss ich Immer fragen Ich meine Der singt ja sowieso Schon so komisch Bad boys Bad boys Bad boys Bad boys Bad boys Bad boys What you gonna do What you gonna do When they come for you Ah Bad boys Bad boys Bad boys Kommt, ihr habt es euch irgendwie vorgestellt, ja? Also, ich... Mindestens. What are you gonna do? Entschuldigung. Ich hänge da ein bisschen fest jetzt dran. Tut mir leid. What are you gonna do? What are you gonna do? Ich hänge das. Hier ist Quatsch. Glaub ich. Ups, Quatsch. Se Quatsch! Ich möchte eine Performance von dem Song... Nee? Nee? Warte, lass mich kurz noch überlegen, wie wäre es mit Nö? Oh Mann, ich lasse mich doch eben auf so eine Scheiße ein. Also, wahrscheinlich schon, ja. Ich finde immer noch diese Tina Turner-Version gar nicht mal so scheiße. Oh, oh, eh, oh. There's no mountain to ride. Oh, ja, ich glaube. So, es ist jetzt ist sie ein Loch. So, es ist sie can Ogst — ja, ich sage dir noch nicht. Und da hat sie ja nicht mehr CRUCH. So, ich ja Ich habe immer noch megamäßig Bock auf Mulan. Ich muss alleine ins Kino gehen. Und irgendwer muss mit mir Bill & Ted 3 gucken. Das halte ich für Pflicht, ja. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Was? Oh Gott! Indisches Metal? Was? Das klingt verboten. Das klingt verboten und nach keiner guten Idee. Ich bin Fan von dem Song irgendwie. March is over. Everything is... Ihr sagt mir nicht, dass du es mir jetzt geschickt hast. Ich habe mal Glück gehabt. He lives in you. Dein Konsumverhalten macht mir etwas Angst, aber ich habe das Gefühl, du wärst die Zielgruppe meines neuen Senders. Wir holen dann sowas wie... Wir machen dann ein Revival von RoffelTV und dann gucken wir uns so ein Gramm an. Das call ich jetzt schon. Mein ich ernst? Kenn ich nix? Ach Scheiße! Wo geht denn das hin? Ach Scheiße! Wo geht denn das hin? Also in der Anfangszeit dieser Playlist die Songs sich natürlich öfters mal wiederholen. Ich bitte dies zu entschuldigen, aber wir verändern das ja. Ich muss mir das mal eben angucken, sorry. Jo, da fehlt noch das Geländer dazwischen, ne? Scheiße! Alex, du wärst die beste Redaktion, die man sich wünschen kann bei uns im Sender. Das kann ich dir ganz offen sagen. Gestern mit zwei Mangas nach Hause, heute mit drei Mangas nach Hause gekommen. Ja, guck mal. Ich wünschte, mein Konsum wäre aktuell so stark. Ich würde gerne mal endlich vorwärts kommen mit Kagegurui, ne? Das wär, das wär mir ein, ein inneres Blumenpflücken. Ja, und ich müsste mir Kagegurui Twin noch organisieren. Das wär halt, äh, ne? Ist denn da schon wieder los, sag mal. Ah, der Schatten-Opa schrieb mir. Ich hoffe, der Schatten-Opa weiß, dass ich gerade am streamen bin. Kann jemand Kurisu sagen, dass ich gerade am streamen bin und halt nicht groß gucken kann gerade? Hallo? Ja. 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 Ich meine repetiert. Die Wege von YouTube sind ja Standard, das weiß ich sicherlich, wie oben fini antioxidieren. unergründlich ich meine ich war ja ich war ja tatsächlich nie groß der Manga Sammler ich war da mehr ich war da mehr tatsächlich irgendwie so anderen Merch Kram aber ich muss halt sagen gerade Kagegurui hätte ich halt schon echt gerne komplett das wäre wir haben hier tatsächlich ein inneres Blumenpflücken also ich bewundere das wirklich immer wie viel wie viel Sammelleidenschaft wirklich Manga Sammler an sich für sich für sich halt da so raushauen mich freut das immer wenn Leute so eine Leidenschaft dafür entwickeln bei mir ist es halt Hide kennt meine meine CD-Wand bei mir ist es dann halt so was die Lieder wiederholen sich jetzt halt ein bisschen von vorhin ne weil ich ja unbedingt Circle of Life spielen wollte sollte konnte musste Gynowadamin ja mach mal ich habe schon eine grobe Vorstellung tatsächlich, wie das Produktionsgelände eigentlich aussehen soll auch was das Büro anbelangt und so wir brauchen unbedingt im Foyer eine Manga-Lese-Ecke Bataillon 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 Boah, da unten sind auf jeden Fall Dingsis dran da könnte man da berührt da berührt da berührt hier ist lautlos unverguckt da berührt in die Liebe in ein Labyrinth ich danke dir vielmals Alex da 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 Dingsis da Bataillon d'Amour. Bataillon d'Amour, haho, Bataillon. Das Lied kenne ich zum Beispiel auch nur durch meinen Vater selig. Haho, Bataillon d'Amour. Bataillon. Bataillon. Hoch! Izzy! Hallo! Hallo, hallo, hallo! Hallöchen! Ja, siehst du, jetzt darf ich sowieso nicht Schluss machen. Jetzt hab ich hier die ganzen Izzy-People. Na du, na du, war bestimmt wieder Crafting am Start, ne? Kommt vor, ne? Ja, Frozen war ja vorhin schon da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hallo Tobi, grüß dich. Na, ihr Schneckis? Achso, scheiße, ich hab den Chat nicht offen. Max noch da, Max noch so'n Shoutout. Bitte. Ich hab den Chat nicht offen. Heute zwei Cosplay-Make-Ups. Like. Du hast zwischendrin also einmal Gesicht abgezogen und dann wieder neu. Hey, also ich... Ich schäme mich immer noch, wie Basic Aqua eigentlich aussieht, ja? Wie ich sagte. Hä, um Gottes Willen, bloß nicht. Das krieg ich doch heute nicht fertig. Was ist denn da los? Als ob die Leute da bleiben, bis das Puzzle fertig ist. Ich glaub's hackt. Also man merkt so'n bisschen noch die Plauze, ne? Aber die Wicke ist noch nicht so ganz, äh, dufte. Da ist, keine Ahnung, da ist, da ist noch irgendwas, was mich stört. Wenn man sich auf jeden Fall Originalbilder anguckt. Oh, guck mal hier. Ähm. Wenn man sich Originalbilder anguckt, da ist da noch irgendwie so Kram, der, an der Wicke, der irgendwie, da stimmt irgendwas noch nicht so. Und vor allen Dingen, ich weiß noch gar nicht, wie ich das, wie ich das mache damit, der, der, ne? Der Kram an dem, am, am Bommel halt so, ne? Dass die Locke da so steht, ne? Da bin ich noch etwas einfallslos. Muss ich gestehen. Ich habe da ja auch wenig Erfahrung mit. Und wir haben, wir haben heute über, ähm, meine ganz viel Haarsprache, um Gottes Willen, ich werde es nur zerstören. Das wollte ich jetzt schon. Äh, wir haben über, über den ganzen Kram geredet, den ich hoffentlich bald beruflich, bedingt, technisch, ähm, mache, was sehr, sehr viel Japano-Szene bezogen sein wird. Da war ich doch tatsächlich ein wenig traurig, dass wir die Thematik nicht irgendwie mit mehr Leuten bequatscht haben. Und kurzzeitig haben wir auch über tote Märkte geredet, die Opa, Oma, Opa und Oma noch kannten. Also, Alex und ich. Also, ich glaube, ich brauche da wirklich jemanden, der mir bei so Kram wirklich, äh, wie das mit dem Wix halt hilft, weil, ähm, ich glaube, wenn ich das mache, sieht das furchtbar aus. Das gebe ich, gebe ich schriftlich. Oh, geil. Genau, Schlecker zum Beispiel, nicht nur, ja. Schlecker plus, äh, äh, aber eigentlich bin ich nur auf das Thema gekommen, weil mir mein Handy eine Push-Mitteilung geschickt hat, dass jetzt irgendwie Kaufhof, ne, Karstadt-Kaufhof Filialen geschlossen werden. Ich kann heute nicht mehr sprechen, das ist nicht zu fassen. Jedenfalls, ich werde, ich werde eines meiner Herzensprojekte wahrscheinlich, ähm, wieder aufgreifen und ich, äh, ich muss dafür halt relativ, genau, Quelle, ja, Quelle hatten wir auch noch. Ähm, ich muss dafür halt aktuell noch sehr, sehr viel machen. Ähm, und ich, ich weiß halt noch nicht so genau, ob, ob das halt alles so funktioniert, aber, ne, wer, wer nicht probiert, und da brauche ich dann wirklich so talentierte Menschen wie dich. Auch wenn das jetzt ein wenig komisch klingt. Box Hero. Jetzt kramen wir hier wieder die ganze Mucke aus, ne? Oh, Dive, hallo. Du hast so gerochen, dass ich über coole Projekte gesprochen habe und dann warst du da. Ja, also das, das wird schon nicht leicht, weil ich weiß ja jetzt nicht, welche Fördermittel da am Endeffekt dann auf mich zu prasseln und wenn es überhaupt welche gibt. Aber ich bin gespannt, was diese Fördergesellschaft da mit mir ausbaldobert. Und warum passt dieses Teil da nicht rein? Willst du mich verarschen? Ach so, ja, dann, äh, willkommen im aktiven Lurk, würde ich sagen. Hero. Box Hero. Box. Joke Box Hero. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet, ich hattet ganz viel Spaß beim, beim Strömchen, bei, beim, beim Make-upen, ja. Der Tag, an dem ich so tief sinke, dass ich das auch mache, dann habe ich ein Problem. Max, machst du mal eben, würdest du mal eben ein Shoutout für Izzy machen? Das wäre ganz nett. Das muss furchtbar komisch sein, wenn, wenn ich jetzt die, die, ja, wenn ich jetzt die Musik remove von den Streams und sie dann bei YouTube online stelle und ich dann so, ne, so, mitsinge wie gerade. Das muss furchtbar komisch sein. Ja, das passt gar nirgends. Huch, Revolverheld, Hallöchen. Ja, genau die. Die einzig wahre und unvergleichbare. Genau die. Das ist jetzt irgendwie nicht so geil. Das, äh, das ruft ja dazu auf, dass die Leute jetzt gehen. Das ist, das Quatsch. Warum, warum macht Revolverheld das? Ich finde das nicht gut. Ähm, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Das, das ist das eine und das andere. Ich, ich meine, ich, ich beanspruche dich ja schon irgendwie für, für Dinge, dann, weißt du, ich kann schon kaum was zurückgeben. Das ist aber das Mindeste in dem Fall. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Das ist schon ein bisschen Mutsong auch, ne? Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Das muss dann aber auch zu einem Fenster gehören, ne? Aber ich hab nix, was zu so einem Fenster passt, ne? Auch dort hier. Das ist aber dann das ganz linke. Ja, das wird ja furchtbar, sag mal. Oder gehört das jetzt hier dran? Das wäre zu einfach gewesen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Das wäre das Wichtigste. Berlin oder Köln? Ähm. Gehört das jetzt wenigstens zusammen? Nö, auch nicht. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Hey, Moment mal. Da ist Grünzeug dran. Wie kann da Grünzeug dran sein? Kann ich mich verarschen? Warte mal. Kann ich mich verarschen? Hä? Sekunde mal eben. Und ich hab vorhin so ein bisschen über den Tag gestern gequatscht. Das ist halt, äh. Ist halt auch so, äh. So, ne? So ein Ding. Gewesen. Ich verstehe nicht, wie das hier zusammenfassen soll. Da ist kein Grünzeug. So, so. Ach, stimmt. Hier, Bo hat Dings gemacht, ne? Äh, MST. MST International. Entschuldigung. Schlechter Witz. Entschuldigung. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hab nichts gesagt. Nicht hassen. Bitte. Ich habe mich schon entschuldigt. So. Ah, Glitchless. So. Haben wir uns heute eigentlich schon mal darüber unterhalten, ja, was man für Maßnahmen ergreifen kann, wenn das Bett brennt? Es ist wieder so weit, liebe Freunde. Wir können uns wieder über diese Situation unterhalten, denn sie wird jedem von euch, jedem, irgendwann passieren. unweigerlich. Ja. Lasst euch das von der Tante aus dem Internet sagen. da ist das furchtbar. Wo sind denn, wo sind denn hier die Restteile von dem Schmuh da? Wollen die mich verarschen? Oh. 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 Also ich hab's mir schwerer gemacht, als ich dachte. Oh. Ja, okay. Hm. Ja, wie schläft man, ja, wie schläft man, wenn, wenn das Bett brennt, ja. Das sind Dinge, über die sollte man sich wirklich im Klaren sein und unterhalten. Meins ernst. Nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Es kommt der Moment, da brennt euer Bett und ihr habt keine andere Möglichkeit. Ja, keine. Löschen wäre ein Anfang. Ja, aber wie schläfst du, wenn dein Bett brennt? Für alle, die das übrigens nicht wissen, das ist ein Running Gag. Irgendwie, wenn dieser, wenn dieser Song in der Stream-Playlist läuft, stelle ich immer wieder diese Frage. Und das Problem ist, wir haben auch bisher keine Antwort darauf gefunden. Es ist ein Problem. Ja, ein sehr tief gehendes und schwerwiegendes Problem. Und ich finde, ihr solltet euch alle darüber Gedanken machen. Weil davor ist man nicht sicher. Es gibt keinen drinnen, okay? Das müsst ihr verstehen. Habt das schon gesehen. Okay, da war ein Schlafsack im Zelt, aber den noch. Derjenige hatte noch... Ja, gut. Ja, gut. Aber so richtig geklärt haben wir die Situation jetzt nicht, ne? Wir haben jetzt nur geklärt, was der gemacht hat, dass ein Schlafsack gebrannt hat oder was auch immer. Das sind halt immer noch Dinge, über die man reden muss. Ich hoffe, ich werde irgendwann mal unterhaltsam. Ja? Dann weiß ich wenigstens, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe. Irgendwann mal in meinem Leben wäre ich gerne unterhaltsam. Ah, Lin spielt Everspace. Was ist da los? Ich gucke mir das später an. Ich muss mich nur daran erinnern, dass es dort drin ist. Okay, hier fehlt noch dann dieses Ding, was hier rüber geht. Ist es das? Ist es das? Oder ist es das von oben? Das sieht eher aus wie der Kram von oben. Da haben wir die Quote wieder. Sa, sölle Quote? Sa, Das ist ja alles ganz interessant. Das ist noch vollkommener Unsinn. Willkommen in meiner Welt. Ich habe nie mehr Bestätigung bekommen als in dieser Aussage. Ohoho, ohoho. Typ, 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 typ. Das passt nicht. Das schockiert mich jetzt ein wenig, aber verwundert mich auch zeitgleich gar nicht. Ja, wo soll denn das denn am Schluss noch hin, Leute? Echt mal. Zack. da ist unsere Verbindung. Da ist unsere Verbindung. Wie kann da an genau diesem Teil Grünzeug sein? nirgends, nirgends, aber auch nirgends, ich ziehe sogar die Brille ab, ja, nirgends ist dort Grünzeug zu sehen. Nirgends, in keinster Weise ist dort Grünzeug zu sehen. Es muss aber genau diese Ecke sein, wo Grünzeug zu Hause ist. Ich verstehe es nur nicht. Ich verstehe es nicht. Also die Antwort wäre mir fast 500 Euro wert, wenn ich sie hätte. Kannst du aber glauben, du. Also das war, das war gewitzt und geweevet beantwortet. Ey, was ist denn das? Tonight is so pretty and so young. Ah, will undress you. So ist das also mit den Herrschaften. Ey, Lugi, Lugi, in kein Lugi. Hab ich's schon wieder gesagt. Das ist mein Leben. Ah, ja. Okay, dann wäre dieses Thema nun auch geklärt scheinbar. Tüm, tüm, tüm. das war mir vollkommen klar. Look at this shit. Ach so, das ist doof. Ich hab leider, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es nicht gesehen und es tut mir im Herz weh. Please please don't go away. Es tut mir im Herz weh, es nicht gesehen zu haben. Wo soll denn das hier hin? Das kann doch gar nicht so weit da unten sein. Leck mich doch an der Sonne. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, jetzt ist das zumindest schon mal miteinander verbunden. Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll, aber es ist okay, glaube ich. Ha? Ach so, okay. Wenn du das möchtest, ja, also, sehr gerne. Was heißt schieb? Du, du, ey, du hebst ihn einfach hoch und setzt ihn auf deinen Stuhl. Das würde ich dir zutrauen. Also, ich freue mich, ich freue mich immer sehr über Besuch. Gerade jetzt erst recht. Oh, freuen, weil diese Einsamkeit geht mir sehr auf den Wecker, aber richtig auf den Wecker. Ich bin da vorsichtig, ja gut, ich hätte jetzt gesagt, jetzt musste ja Stefan nicht mehr hochheben, der ist ja der größte Proppen. The smoke is coming through. Aber ich kann verstehen, dass du jetzt vorsichtig bist. Ich kann das sehr gut verstehen. Ich glaube, Stefan war wirklich der schwerste von... Ah ja, gut, jetzt Kermit, ja, okay, gut. Aber wir wissen ja auch nicht, wie sehr sich Kermit verändert hat in den letzten zwölf Monaten, ja. Das möchte ich ganz kurz erwähnen, ja. Vielleicht war er bei der Hilgigart-Knefett-Abnehmen-Tournee, ja. Und wir erkennen den jetzt gar nicht mehr wieder, weil er jetzt einfach nur noch so ein krasser, ne, so ein krasser Romeo ist. Furchtbar. Ja, bitte. Sehr, sehr gerne. Das wäre mir sogar nicht mal unrecht, dass du mich vorher anschreibst. Ich meine, so gerne ich Jan hab, ne, aber es wäre geil gewesen, wenn ich es gewusst hätte, weil ich stand, ne, ich stand halt einfach draußen bei uns auf der Tür, also auf der Türschwelle, und dann habe ich ihn gesehen. Das war halt irgendwie, äh, naja. Rollin' down the track. Rollin', 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 rollin'. Down the track. Do it. Im Prinzip wäre ich nichts gegen Spontanbesuche, ja. Und vielleicht will ich mich ja auch mal für einen Besuch hübsch machen, okay. Ja, dass diese, diese Möglichkeiten und Gründe gibt's auch. Ah. Du, 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 du. Sinti Love. Du, 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 du. The Great Commandment. Ja, das setzt natürlich voraus, dass wir überhaupt den Bash machen können hier, ne. Das ist halt. That's the point. That's the crucial point. Was mach' ich hier eigentlich? Commandment. Commandment. Ist das jetzt zufälligerweise richtig, oder? Scheinbar schon. Wenn, dann muss das ja irgendwo hier reingehören. Nee, da nicht. Da könnte's reingehören. Oh, that's beautiful. That's very beautiful. Das ist natürlich die Frage, ob das auch stimmt. Great Commandment. Ja, das scheint wohl zu stimmen. Würde ich jetzt daraus mal erschließen. Was halt natürlich cool wäre, wäre, wenn es dieses Mal halt ein Bash geben könnte, wo man, wo dann halt auch so, so coole Leutchen wie die Lutis oder so, ne, kommen könnten. Das ist dann halt aber so eine Sache, wo man halt einfach nicht weiß, ob das klappt, ne. Du, 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 du. The Great, guck mal, oh Gott, was hab' ich hier alles verschoben? Jesus. Jesus. Kennst du vielleicht? Ja, äh, das Schießbudenbesitzer. Jesus kreist. Was im Kreis der denn des Schießes kreist? Ah. Tja. Es gibt Momente wie jetzt, da, äh, sollte ich drüber nachdenken. Drüber nachdenken. Einfach nur drüber nachdenken. Und nachdenken wäre ja ab und an tatsächlich wirklich eine Option. Wenn ich es halt nur mal tun würde. Also, das wäre halt schon, das hätte Vorteile. Gebe zu, hat aber auch gewisse Nachteile. Wie kann das eigentlich sein, dass dieses Teil einfach nirgends dran passt? Hä, jetzt lege ich das zum ersten Mal dahin, oder was? Oh, scheiße. Was soll denn das? Wichtiger Orga-Punkt. Fahrgemeinschaften. Das stimmt wohl. Ich weiß, ich wohne im Niemandsland und das Studie wird auch irgendwann im Niemandsland stehen, aber... Da hat er recht. Da hat er tatsächlich recht. Das stimmt. Natalie vermute ich nicht gerade Unrecht. Es kann doch nicht sein, dass das nirgends, nirgends irgendwo hinpasst. Erzähl mir nicht, es gehört da dran. Da hätte ich jetzt aber gelacht. Natürlich muss da noch ein Teil dazwischen. Eigentlich muss das ... Hä? Das ist doch aber viel zu tief. Das hat doch keine zwei ... Okay, das ist fest. Das setzt natürlich auch voraus, dass die Leute, die diese Mietwegen irgendwie organisieren, haben. Ja, dass die halt auch einen Scheinführer haben. Das ist das andere Problemchen. Ich liebe diesen Song, ich liebe diese Interpretation dieses Songs, wirklich. Ich bin Fan, bin wirklich Fan. Ja, so die letzten ... die letzten 24 Stunden waren tatsächlich echt toll. viel tolles passiert. Das könnte da hinkommen. Das tut es aber nicht. Obwohl, das macht selbstbrechen. Was ist denn? Jetzt verschuldigen, wer für die Mitte der Mitte ergeht. draußen naja also ich mein ramwallgurk da oben rum downy ist auch im norden soweit ich weiß also von daher also ich kann tatsächlich nicht lang gelassen es war wirklich in den letzten tagen sehr sehr viel positives vieles davon war tatsächlich auf twitter zu entnehmen gott wir haben vorhin zumindest ein bisschen drüber geredet auch gott mir kein stein hat mir kein kopf keine kerzen an ach so ich erkläre es gerne noch mal für all die ja august ist er glaube ich angesetzt gab er jetzt die tage den trailer und ich muss sagen ich fand ihn durchaus ansprechend das ist die frage die sich mir stellt es kann eigentlich nirgends hin es muss eigentlich ich hoffe doch dass wir das tun lustigerweise haben wir gerade eben noch drüber geredet jetzt muss ich gleich nochmal das mit dem youtube kanal erzählen die kunde wo wir ganz kurz diese treppen kram angucken ok dann kommen steine einfach nur steine hat er hat getrunken und spielungen können und sich wünschen kann mich nicht ein ich nicht ein ihr wisst doch dass ich tote blumen nicht mag das muss doch hier unten hin und mich lichterloh zu ascheln baut mir dort ein schrank aus und tanzt auf meinem graf das ist glaube ich falsch das ist glaube ich auch falsch aber es gehört da unten hin das gehört ins wasser geil und es ist eigentlich näher als man denkt hier das ist mein Vater 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 aber sie braucht etwas liebens also ich fand ihn halt so gesehen nicht übel also ich hatte viel viel schlimmeres erwartet aber vielleicht bin das halt auch einfach nur ich ne ich meine ich habe jetzt kein meisterwerk erwartet ich meine die kommen nach keine ahnung wieviel jahren wieder zusammen und machen dann halt nochmal so ein ding ne also nur nochmal allgemein zur information damit ich das nochmal gesagt habe ich wurde ja darum gebeten dass ob es nicht möglich wäre dass ich so irgendwie die puzzle streams und so ähm generell irgendwie so bei youtube hochlade oder so und ähm ich habe jetzt extra dafür für sämtliche let's plays äh vlogs wander streams keine ahnung was extra einen neuen youtube kanal gemacht der youtube kanal ist unten in den infopanels verlinkt ja also den könnt ihr sehr sehr gerne abonnieren wenn ihr das möchtet würde mich sehr freuen dann darf ich nämlich meinen Namen Amina Chu sichern bei youtube das würde mich sehr freuen und ihr werdet aktuell bei allem was ich tun wo ist mein Vater I guess she's my cousin but she needs some sweet loving anyway ja gut ne also man kann jetzt sehr sehr viel kritisieren an dem ganzen quark ne da da bin ich ganz ehrlich aber ich habe es halt einfach mal wirken lassen auf mich und hab halt gedacht so hm ich ich gebe es mir einfach mal wenn es soweit ist ich meine wer weiß wer weiß wer weiß wer weiß das ist wahrscheinlich auch ein teil dieses wasser dingsel hier mhm irgendwie ist das auch teil der spiegelung unten das ist schon problematisch das hier ist schon problematisch das hier okay das gehört schon mal zusammen ich glaube das kommt auch zuerst bevor dann die spiegelung kommt das heißt das ist so rum richtig alles gut war auch nicht war auch nicht böse aufgefasst oder so ich meine warum sollte ich vor allen wenn ich den ganzen dingen auch böse aufpassen mhm mhm ja oh mhm oh mhm 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 Übrigens ein Mood-Song, ein sehr, sehr starker Mood-Song. So, hier ist dann halt so der Punkt, wo die Reflexion des Dingels hier, der Pagode von oben startet. Das heißt, jetzt wird es für mich gerade so ein klein wenig schwierig zu gucken, was tatsächlich dazugehört und was nicht. Da kommt ein Stein. No way. Let's my life just payin' my bills. Habe ich wirklich nicht alle Pagodenteile raus sortiert? Das schockiert mich jetzt hier ein klein wenig. Also das würde mich jetzt dann doch ein wenig schockieren. Ich war mir sehr, sehr sicher, dass ich alle Pagodenteile raus gesammelt habe. Ich war mir fast sicher zumindest. Jetzt sind wir wieder bei Spandau Ballett. Jo, werde ich, werde ich tun. Ich danke dir vielmals. Für reinschauen und so, weißt du ja. Guck mal, das kriegen wir noch hin. Oh, ich wollte eigentlich um 10 Schluss machen, ne? Gold. Das mit rechtzeitig Schluss machen haut eh nie hin. Warum versuche ich es eigentlich? Warum versuche ich es eigentlich? Disbelieving. Das haut nie hin. Das gehört wahrscheinlich zu einem von diesen. Spandau Ballett. Spandau Ballett. Könnt ihr euch vorstellen? Der Musikkenner schlechthin, ja? Jan Moses, seines Zeichens Zakurion, kannte Spandau Ballett nicht. Ich war für einen Moment einfach nur schockiert. Ich wusste nicht, wie mir geschieht, als er mir das erzählte. Da war, also da ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Ich sag's euch. Eine komplette Welt ist in sich zusammengebrochen. Nur deswegen. gingen. das gehört halt alles irgendwie hier hin war halt auch eins tiefer wahrscheinlich in dem fall habe ich da so ein teil also ich war schockiert also dass jan das nicht kannte dabei ist ja so ein gold aber jetzt etwas jetzt 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 hier doch für phoenix mal 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 Up all night to get lucky. Das wäre alles so einfach. Ha! Ich bin auch noch etwas überfragt, wo dieses eine Dachteil dahin kommen soll, ne? Ui, ja. Da bin ich halt echt überfragt. Ja, aber wo, wo? Weißt du, wo? Du hast überhaupt keinen Platz mehr für dieses Stück. Ja? Das ergibt für mich keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Und selbst da hinten ergibt es keinen Sinn. Dieses Stück Dach passt nirgends hin. Nirgends. Ich habe nichts gesagt. Habe es realisiert. Please don't shout at me. Because I'm not happy when you do. To give up. We are. Alles gehört zu der Brücke da drüben. Wollen wir mal angucken. No ball night to get lucky. Ah ja, gut. Okay, gut. Ein Stück Brücke zusammengefunden. Yay. Hey. Oh ja. Oh je. Oh je. Bit lucky. Das ist so alles hier Hamsterkacke. Ganz ehrlich. Auch alles Quatsch hier. Das passt nirgends. All night to get lucky. Ah, das hätte ich auch schon von Anfang an da hinsetzen können. Und hätten wir wahrscheinlich schon ein Stück weiter. Jo, gut nacht, ne? Schlaf gut, Hilde. Danke fürs da sein. Ich muss gucken, dass ich hier aufhöre jetzt langsam, ne? Weil auch ich sollte, ähm, sollte mich beschränken. Ein klein wenig zumindest. Wo soll denn das jetzt schon wieder sein, hier? Angeblich ist das dann irgendwas, wo Himmel ist. Da, wo Himmel wohnt. Monschein, die Joyride. Ne, das ist nicht da, wo Himmel wohnt. Das ist da rechts irgendwo unten drunter. Hier unter dem Spuks da. Das kommt da hin. Gehört das hier noch auf den Weg, oder ist das woanders? Das ist Teil des Wegs, und am Ende, da ist der Baumstamm. Mein magischer Freund. Sie sind da, sei Dank. Du bist ein Fuss. Ich liebe dich. Die Joyride. In etwa so hatte ich mir das vorgestellt, ja. Das hätte ich mir anders vorgestellt, aber, hm. Magic friend, magic friend. Tia. Hm. Hm. wie so ein paar Villager machen würden. Ist das jetzt richtig oder nett? Okay, es ist wohl richtig. Also ich schaue mal, ob ich noch irgendwas unterkriege von dem Kram, der auf dem Tisch liegt. Ansonsten I call it a day. Dann haben wir wenigstens noch ein bisschen was fürs nächste Mal. Das ist ja nicht unbedingt das schlechteste. Warum habe ich denn jetzt so ein Stechen in der Seite? Was ist denn da los schon wieder? Ich war doch heute beim Einrenker. Achso, hat er gesagt, dass ich Muskelkater kriegen könnte. So fühlt es sich an, ja. Aha, läuft besser als gedacht. Muss ich mal ganz offen sagen. Das läuft besser als gedocht. Nech? Wo, wo ist denn das her? Wo, wo ist denn das her? Wo guckt denn das heraus hier? Ah ja, das ist irgendwo da unterm Dach. Also irgendein Quark hier. So, da irgendwo. Dieser Song ist so großartig. Warte, wo sollen die sein? Ah, das ist auch da unter diesem Brückenteil. Wo habe ich denn? Wo, wo soll ich denn das? Sonst ist aber nirgends eine gelbe Blume like this, Blume like this, wanna know, wanna know, wanna know, wanna look for. Ich mein, das gleicht sich auf jeden Fall. Oh, was ist denn das dann? Ist das die linke Seite oder was? Das ist auf jeden Fall neben dieser Brücke hier, so. So. So, hier geht mir allerdings so ein bisschen, glaub ich, der, ah ne. Sprit aus, hätte ich beinahe gesagt, was haben wir hier? Da ist noch irgendwie so ein Stück Getüttel dran. Also gehört das dein. Sehr, sehr. Sehr, sehr, sehr gut. Uh-huh. Ne, das wäre Quatsch. Ah ja, ich liebe diesen Song, ernsthaft. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich ihn nochmal laufen lasse. Ich mag ihn sehr. Hallo? Dankeschön. Warte mal, das ist mein Typ. Ich kann ja machen, was ich will. Also nicht unbedingt alles, aber... Das ist schon irgendein bisschen Quark hier. Ha! Erwischt Dann habe ich keine Ahnung Wo die hier hinkommen sollen Echt nicht Wenn hier dieser Stein startet Dann würde ich eher vermuten Dass das irgendwie so funktioniert Frage für einen Freund Wie soll das dann funktionieren? Okay Nehme ich so hin Wie Nehme ich so hin Die saufen doch oder? Die saufen wirklich Glaub ich Leute ich glaube die saufen wirklich Ich finde sowas nicht gut Echt nicht Ich heiße sowas nicht gut Ich meine irgendwie müssen die Türen Die sind ja jetzt da Das leuchtet ein dass das stimmen könnte Habe ich schon mal erwähnt Wie sehr ich diesen Song liebe Vermutlich so Dreimal in den letzten Acht Minuten Ach komm Okay Dann wird kein Leben Es gibt echt Dinge die ich nicht verstehe Und das ist eins davon Hey aber wir haben die Pagode fast Das ist ja etwas mit dem ich doch so schnell nicht gerechnet hatte Was bist du und wo kommst du her? Ich robbel jetzt mal ganz kurz irgendwie noch durch die Teile durch Ob mir noch irgendwas ins Auge sticht Aber ich denke jetzt mal nichts großartiges Jetzt habe ich mir noch irgendwas Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020